Moin, was geht, Exo hier. Heute spielen wir Ready or Not komplett durch. Das Ganze in einem Video, das Ganze natürlich aber auch in 4K und Ultra HD. Ready or Not ist jetzt endlich released worden mit dem Update 1.0 und dieses Spiel ist richtig gut. Es füllt endlich eine Lücke, die lange nicht gefüllt wurde, nämlich ein Swat-Shooter mit sehr, sehr vielen Taktikeinflüssen. Du kannst dieses Spiel online spielen, im Koop oder aber auch alleine mit KI-Bots. Und mir persönlich gefallen die KI-Bots sehr, sehr gut. Das habe ich auch immer bei den Ghost Recon-Teilen sehr, sehr geschätzt. Dieses Spiel hatte vor Release immer nur so einzelne Level-Abschnitte. Jetzt kam aber ein kompletter Story-Modus hinzu. Ich finde den sehr, sehr gut und den spielen wir heute durch im S-Rang. Wir versuchen das Ganze im S-Rang abzuschließen. Das ist besonders schwierig, weil du musst wirklich das Best-Case-Szenario durchspielen. Bedeutet keine Terroristen töten oder sie anschießen, verletzen oder sonstiges. Es muss alles so laufen, wie es im besten Falle wäre. Lass gerne ein Like und ein Abo da. Wenn ihr Zeit habt, noch einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen und wir gehen direkt rein. Angekommen im Polizeirevier. Das ist hier sozusagen in dem Spiel das Hauptquartier. Hier drüber kann man alles steuern. Die Loadouts. Hier hat man eine Shooting-Range. Hier hat man ein Knast. Hier hat man so viele Sachen, die man nutzen kann. Und ich kann euch hier einmal kurz das Loadout zeigen, welches wir hier spielen werden. Das sieht einmal wie folgt aus. Mit voller Panzerung natürlich. Videoskop, Gasmaske. Und unsere Teammates haben fast dasselbe. Ganz wichtig nur bei den Teammates, weil wir dürfen ja keine Gegner verletzen. Wir müssen bei denen die Sekundär-Munition rauspacken, weil sonst wechseln sie auf die 5-7, die ich hier gerade drin habe. Und erschießen dann die Gegner. Und das wollen wir natürlich nicht haben. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein in die erste Mission. Die erste Mission heißt Danke und bis bald. Und wir hören uns einfach mal das Briefing an. Listen up. At around 2300, we received multiple 911 calls from the 4U Gas Station at 5th and Vandrake in Southside. We believe this to be a stick-up robbery with multiple armed suspects. At this current time, we don't know the condition of 4U Manager Mudassir Varma or Sharla Leighton. With both calling in during the robbery along with multiple other civilians in the premises, including Sharla's daughter, Crystal Leighton. First responders began locking down on the scene at 2340, containing the area for Deep Platoon's arrival. An officer on scene reported the sound of gunshots at 2345 within the main building. We can identify all three suspects on the scene. Andre Williams, Zion Pretlow, and Jaden Fletcher. All have their own run-ins with the law for drug-related offenses or violent crimes. Be advised, some or all may be under the influence of methamphetamine and incredibly erratic. This potentially showing their true motives to feed a lethal addiction, even with the stick-up being high-risk. We can assume their move was calculated, with DeBanco stopping by before the robbery for regular pickup of cash stored on the premises. DeBanco's employees are known to be at risk during their shifts, with many criminal acts committed against them, such as assault and attempted robberies. Along with the front entrance into the store, there's a second method of entry into the diner side area on the northern side. If both locations aren't viable options, there are two alternate entry points on both sides of the building. One may require a keycard used by employees. You should be able to find it in a knockbox on scene. Suspects may have broken away from the main building into the side garage on the eastern side. Exercise caution when moving around the exterior. It is unlikely that the Suspects are wearing armor. They are armed and have demonstrated their intent to cause harm. We do know at least one of the Suspects is carrying a 9mm semi-automatic pistol, as described by a witness. Remember to only use lethal force on what you deem as an imminent threat to you or your element, as well as civilians present at the scene. Plan and coordinate your actions accordingly. And get to work. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit, uns mal die Verdächtigen anzuschauen. Die hat er ja gerade schon im Briefing erwähnt. Ihr seht ja, die alle den hier gerne einmal merken, den werden wir bald wiedersehen. Dann haben wir hier noch die mutmaßlichen Zivilisten, die vielleicht vor Ort sind. Das können immer mehr sein, das ist natürlich nur geschätzt, wer da so ungefähr ist. Dann haben wir hier noch die Medien und bei den Medien haben wir hier schon einige Bilder und ihr seht es hier auch schon. Dieses Spiel ist wirklich, versucht wirklich den Realismus einzufangen, was die Szenarien betrifft. Wir haben in diesem Spiel äußerst, wirklich äußerst harte Szenarien. Die habt ihr, ich glaube noch nie in einem Shooter oder in einem Actionspiel noch nie gesehen vorher. Also die Szenarien sind wirklich hart. Das reine Gameplay würde ich jetzt nicht als hart betiteln. Aber die ganze Aufmachung, die Szenarien, die sind schon richtig heftig. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit, uns verschiedene Notrufe anzuschauen unter dem Reiter Medien und das machen wir einfach mal. 9-1-1, was ist deine emergency? Hallo, mein Name ist Charlotte Layton. Ich bin in einer gasehstation und brauche Hilfe jetzt. Ma'am, bist du in der 4U gasehstation auf 5th und Van Drake, Southside? Ja, bitte, 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 Hilfe. Ich wurde separiert von meiner Frau, Crystal. Sie schütten Leute. Okay, ich brauche dich zu hören, okay? Ich brauche meine Instruktionen. Du brauchst ein safees Platz, wo du kannst, und ich brauche dich zu stehen mit mir, okay? Officers sind bereits auf der Weg. Okay, okay. Aber bitte, 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 bitte. Oh, Gott. Ich bin hier, ma'am. Ich muss dich zu bleiben und schlafen für mich bis die Officers kommen. Okay. Oh, fuck, oh, fuck, ich denke, sie kommen. Hör auf. 9-1-1, was ist deine emergency? Hallo, ich bin geholfen. Okay, try to remain calm, Hermesa. Where is the robbery you took in the way? The foyer, gas station, on 5th, on Van Drake, Southside. They left the hurry, they started shooting. Officers are on the way, sir. I need you to get somewhere safe, okay? And if you're able to, please tell me how many people you saw inside. I'm in the back room. I'm not sure how many I take. Sir? Hello, sir? Are you there? Hello? Sir? No, 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 no! Ja, es geht schon ordentlich zur Sache und ich würde sagen, wir gehen direkt rein in die Mission. Wir haben hier zum Beispiel auch noch eine Karte. Da kann man sich jetzt im Koop oder auch im Solo verschiedene Gänge einzeichnen, die man gehen möchte. Das finde ich eigentlich ganz cool gemacht, aber wir benötigen das natürlich nicht. Angekommen bei der Tankstelle geht es auch direkt los. Wir haben hier natürlich unsere Bots mit dabei. Die können wir natürlich auch, habe ich euch ja eben gezeigt, auch eigene Loadouts geben. Die können wir komplett personalisieren, wie wir das möchten. Und hier ist auch schon direkt der Haupteingang. Da machen wir direkt Stürmen mit CS-Gas. Wir können hier auch einzelne Anweisungen geben. Wir können jetzt auch hier zum Beispiel, ich möchte euch natürlich auch viel zeigen vom Game, können wir jetzt hier eine Helmkamera aktivieren. Dann können wir uns die Sicht der einzelnen Mitglieder anzeigen lassen. Das finde ich ganz cool. Das werden wir jetzt gerade mal machen, dass ihr das auch mal seht. Die gehen jetzt da rein, schmeißen das CS-Gas. Oben rechts seht ihr das, natürlich. Und jetzt gehen sie rein. Das ist schon sehr, sehr cool, dass es vor allen Dingen praktisch, wenn... Oh, 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 was geht denn da ab? Das ist vor allen Dingen praktisch, wenn die in ganz anderen Räumen sind als wir. So, direkt festnehmen. Ich finde es schade, dass sie nicht einprogrammiert haben, dass wenn ein Raum gesichert ist, dass sie automatisch anfangen, die Leute zu sichern. Eigentlich gehört das meiner Meinung nach dazu. So, jetzt werden wir dem mal den Befehl geben, dass er auch mal eine Tür verkeilt, weil wir haben die Bots hier Türkeile mitgegeben und wir werden den Raum mal kurz sichern. Ja, das passt. Und dann werden wir hier auch noch eine hinmachen. Das Wichtige ist natürlich, dass du das hier ganz in Ruhe spielst und dir, äh, dich immer zu 100% absicherst. Weil jetzt kann zum Beispiel gar keiner mehr von hinten kommen und wir haben nur noch diese Tür hier. Aha, in der Mitte ist anscheinend einer. Kann man immer sehr gut hören. Das Audio ist eigentlich sehr, sehr gut in dem Spiel, muss ich sagen. Ich hatte noch nie Probleme damit. So, jetzt sollen die sich erstmal alle da aufstecken, falls da jetzt einer durchpusht. So, jetzt gehen die alle in, äh, Reihe. Das machen sie immer so, wenn ihr zum Beispiel, äh, links eine Wand ist, dann gehen alle natürlich auf rechte Seite. Das haben sie schon sehr gut umgesetzt und wir gehen rein mit einer Bewegung auf Clear. Also, dass er rein, also einfach rein geht, ohne irgendwas zu schmeißen. Einfach rein, ganz entspannt. So, jetzt verteilen die sich in den Raum, wenn sie den gesichert haben. So, und jetzt sollen die sich mal da aufreien und wir schauen uns mal hier kurz die Nebenräume an. Obwohl ich schon der Meinung bin, die werden da schon längst rausgepusht, wenn da was drin wäre. Sieht aber gut aus. Jawohl. So, jetzt ist wichtig, dass wir uns hier weiter absichern. Dann machen wir hier einmal einen Türkeil hin, dass da keiner rauspusht. Wenn wir jetzt nach draußen pushen und da Action ist, hören die das natürlich. Jetzt werden wir mal kurz das, äh, Schloss knacken. Das können wir natürlich auch machen. Alles, was wir können, können die natürlich auch. Und auch umgekehrt. So, jetzt machen wir Öffnen. Clear. Ja. Manchmal muss man die einmal so zu sich hin rufen, wenn die den Befehl nicht ausführen und dann wieder dahin. Aber eigentlich ist die KI schon sehr, sehr gut in dem Spiel. Die hat nur leider noch ein paar kleine Macken. So, jetzt machen wir hier Raum sichern. Dann sollten sie eigentlich alle festnehmen. Man muss immer aufpassen. Die stehen immer mal wieder auf. Die sind sehr, sehr hinterlistig. Seht ihr das? Die sind sehr, sehr hinterlistig. Aber das ist hier jetzt das Anfangslevel. Das ist noch ziemlich einfach, muss man sagen. Da gibt es noch andere Levels. Puh, die sind aber richtig heftig. So, das sieht doch schon sehr gut aus. Dann werden wir uns die hier hinholen. Und dann sollten wir die hier einmal aufreinen. In der Zeit können wir schon mal hier den Keil entfernen. Ja, was habt ihr denn? Ah, jetzt kommen sie perfekt. Dann werden wir da gleich reinpushen. Später bei den größeren Maps, da müssen wir synchron pushen. Also dann pushen die eine Tür und ich eine Tür. Hier ist das aber noch sehr, sehr einfach. Ist ja auch die erste Mission. So, dann machen wir mal öffnen mit CS-Gas. Ah, ich bin der Meinung, wir sollten hier vorsichtshalber noch einen Keil hinmachen. So, jetzt werden wir da das rote Team einmal positionieren. Jawohl. Und hier werden wir einfach mal das blaue Team positionieren. Dann sollen die bitte hier noch einen Türkeil hinmachen. So, dann werden wir da einmal sagen, stürmen. Und wir gehen hier durch. Ah, ist die Lockt-Scheiße. Na, sehr gut. Storm-Manager. Den hat es aber mies erwischt. So, jetzt werden wir einmal alle hier nach uns holen. Dann sollen die direkt da durchpushen. Und wie gesagt, wir schießen nur mit Betäubungspistolen, also mit Gewehren. Das könnt ihr euch so vorstellen wie eine Paintball, wo einfach so Pfefferkugeln sind. Das ist halt das sehr, sehr Schwierige beim S-Rang, dass die halt leben bleiben und jederzeit auch wieder aufstehen können. Da war diese Crystal-Light drin. So, jetzt machen wir Suchen und Sichern. Dann sichern die nochmal das Gebiet, falls irgendwo noch eine Waffe rumliegt, die wir nicht konfisziert haben. Weil die sieht man manchmal sehr, sehr schlecht. Ich kann euch immer empfehlen, ihr geht in eine Option unter Barrierefreiheit. Und dann könnt ihr die Waffen hervorheben. Dann ist um die Waffe so ein gelber Schleier herum. Das ist richtig cool. Aber irgendwas fehlt uns hier noch. Eine Waffe oder so? Ach, er hat es schon gebaggt. Okay. Fehlt noch was? Aber eigentlich haben wir doch alles eingesammelt, ne? Was ich mir noch vorstellen könnte, ist, dass wir den am Anfang vergessen haben zu reporten. Ich mach nochmal Suchen und Sichern vor sich selber. 10.4 Ach ne, Leute. Ich weiß, was wir machen müssen. Das hatte ich voll vergessen. Weil da war ja am Notruf so ein Typ mit einem Hund. Den müssen wir auch einmal reporten. So. Das Ding ist, dir wird hier auch nichts angezeigt, ne? Du musst das hier suchen. Den hier meine ich. Zack. Perfekt. Da steht jetzt Mod erkannt, inoffizielle Wertung, weil ich noch die alten SWAT 4 Remastered Karten installiert habe. Also dieses Spiel ist wirklich sehr modfreundlich. Das ist überragend. Gehen wir direkt rein in die zweite Mission. 23 MB per second. Da können wir uns direkt einmal das Briefing anhören. All right, everyone. Need your attention. Operators just received a 911 call from an individual within an apartment complex in St. Uriel this morning, detailing a brewing hostage situation. It seems that Michael Williams has barricaded himself in his apartment, along with his brother, DeMarcus. He also shot and killed his mother, Cassandra Williams. The call was brief, but gave us information regarding his potential mental state. Has anyone tried to regain contact with Michael? The call bounced when attempted. And calls from negotiators outside have fallen on deaf ears. It sounds like Michael may be firing a weapon inside his room. And we've received multiple reports of gunfire from other individuals within the complex. The building has a single entry through the main atrium. There's also a second entry point through a fire escape nearby, which should allow quick access to the other levels without exposure to your teams within the atrium. The watch commander is on scene and has patrol holding perimeter positions. Thames is staging at the command post. Currently, they're awaiting our arrival to make entry, as the situation has been deemed dangerous, given no communication can be established. Do we know of any other threats within this space? Michael's apartment is number 14, And so far, we've managed to confirm that rooms 16, 11, and 12 are all currently inhabited but closed off. Those residents have either been evacuated or are sheltering in place. However, we were unable to make contact with apartments 13 and 15, both of which are under the ownership of Michael Williams at this time. It is unknown if he is still barricaded with his family in 14 or has moved into one of the other rooms to ambush. We are not aware of any other threats. It seems to just be one guy. Alright, let's roll. Wir hören uns hier noch den Michael Williams Anruf an. Also, wir werden in der Mission einen Streamer hochnehmen. Ich find das schon sehr, sehr lustig. Und dann würde ich sagen, let's go. Oh, das hier ist das Gebäudekomplex. Klein überschaubar. Ah, da ist schon mal nix. Äh, der Haupteingang, der ist ziemlich kritisch. Wir gehen lieber hier außen lang. Mal bewegen. Ja, geh mal weiter durch, Junge. Mach mal ein bisschen Action hier, dass ich die Tür zu machen kann. Ach, scheiß drauf machen wir gleich. Wir gehen erstmal so nach oben. So, da einmal aufreihen in der Zeit. Weil dann können wir schon unten die Tür zumachen, dass uns keiner flankiert. Das machen die immer gerne. Dann hört man immer die Tür da rascheln. Und dann merken sie ja nicht, dass da so ein Doorbridge unter ist. Das ist schon sehr, sehr lustig. So, dann hier einmal Tür verkeilen. Gut, dann können wir schon mit nach oben gehen. Ah, da ist die Tür offen. Ah, da ist die Tür offen. Okay, zwei Täter auf jeden Fall und eine Zivilistin. Oh, der hat aber ein paar Waffen dabei. Mein lieber Scholli. Sehr schön. Oh, da ist wieder einer. Oh, der hat sogar eine Pumpe. Ja, Magazin ist noch gut. Na, da müssen wir schon mal selbst ein bisschen Hand anlegen. Das seht ihr auch schon. Was kriegen die Bots dann auch nicht getaktet über so, äh, Geländer, äh, hier über so eine Brüstung drüber zu ballern? Okay. Magazin ist leer. Okay, Magazin ist leer. Einmal bitte mitkommen. Messer hat er gezogen. Schön, den haben wir jetzt noch. Jetzt müssen wir hier noch das Messerchen eintüten. Jawohl. Oh, guck mal, was der hier an Waffen hat. Wohl. Halbes Arsenal dabei. Jetzt werden wir kurz noch selbstständig hier einmal runter gehen. Den Mainfloor clearen, falls hier was ist. Zivilist. Okay, easy. Sehr schön. Ja, wie gesagt, wenn man hier in Ruhe mit Taktik vorgeht, dann ist das Spiel auf jeden Fall ein Zuckerschlecken. Aber wenn man hier gar keinen Plan von hat, boah, dann ist man hier richtig am Arsch. Das Spiel, das habe ich auch schon lange auf dem Schirm. Das habe ich damals schon in der Alpha gespielt und sie haben jetzt hier zum Full Release auf jeden Fall sehr, sehr viele neue Karten mit reingebracht. Sie haben leider zwei oder drei Stück, äh, komplett entfernt. Warum auch immer, finde ich sehr, sehr schade. So, da sagen wir mal, stürmen mit der Ramme. Einfach mal, um euch das zu zeigen. Diese Ramme, die hat, äh, er hier hinten auf dem Rücken. Machen wir nochmal hier stürmen mit der Ramme und dann machen wir das Ganze mal mit, joa, mit CS-Gas. Dass wir mal ein bisschen Action hier haben. Dann machen wir uns nebenbei noch die Kamera an. Da würde ich eine gerne vom Vordermann nehmen. Jawohl. Puschen die da schön rein. Ja, das ist schon sehr cool gemacht, muss man wirklich sagen. So, da sagen wir nochmal Raum durchsuchen. Falls hier noch irgendwas rumliegt. Hier haben wir einmal die Crypto-Mining-Farm. Ich glaube, das müsste es gewesen sein. Wir gucken vorsichtshalber nochmal hier in die Nebenräume. Ah, das sieht gut aus. Gucken wir hier nochmal rein. Ah, ist auch gut. Ah, perfekt. Alles sauber. So, dann lasst mich mal hier durch. Und dann könnt ihr mal mitkommen. Weil jetzt gehen wir nämlich in den Hauptraum rein. Momentan spielen wir mit den Gasgranaten, wie ihr schon sehen konntet in der ersten Mission. Wir wechseln auch mal zu Blendgranaten. Es kommt immer auf die Mission an. Ich mag die Gasgranaten eigentlich gerne. Ich weiß nicht, warum das so wenige spielen. Ich mag die sehr, sehr gerne. So, da einmal stacken. Und dann haben wir hier eine Mirror Gun. Lockt, okay. Dann soll er die erstmal knacken. Mit dieser Mirror Gun könnt ihr unter die Türen hindurch gucken. Das ist richtig geil. Sehr schön. Einmal drunter gucken. Okay, da steht direkt einer. Die Tür ist nach außen auf. Die auch. Das ist ziemlich blöde, ey. Dann würde ich sagen, wir... Wir öffnen die mit einem Launcher. Weil wir haben hier bei dem hier auf dem Rücken noch einen Granaten-Launcher mit Gas. Das ist richtig cool. So, öffnen. Dann mit dem Launcher. Und dann schmeißen wir hier schon mal ein paar Granaten hin. Schmeißen wir hier noch eine hin. Weil dieses Gas, das geht natürlich durch die Türen und durch die Öffnungen hindurch. Das haben die ganz cool gemacht. Können wir so ein bisschen das Team supporten. So, Raum sichern direkt. Alles festnehmen, was geht. Was mit dem Festnehmen, das kriegen die irgendwie noch nicht richtig hin. Komisch, ne? Das ist irgendwie... Was ist das? Checken die nicht. So, schön die Waffen mitnehmen. So, hier ist der letzte Raum. Hint er den auch fest? Ja, perfekt. So, dann machen wir mal hier. Suchen und sichern. Dann sollen die schon mal die anderen Waffen aufheben. Und hier ist jetzt das Streamer-Zimmer. Ach, du ahnst das nicht. Sogar die Nano-Leaves. Alles mit dabei. Die habe ich ja selbst, die Nano-Leaves. Hier haben wir so eine Art Funko-Pops. Auf jeden Fall auch voll der Anime-Fan. Und der Typ hier ist von dem ersten Level. Der erste Täter. Richtig cool. Hier haben wir das Streaming-Setup. Und die werden hier sogar geswattet, Alter. So geil. Schaut euch mal den Chat an. Holy. Lol. No way. Das ist so cool gemacht, ey. Hier haben wir Kinderfotos. Ihr wisst schon, wofür. Ich habe ja gesagt, das Spiel ist hart. Aber das ist noch gar nichts. Das wird noch richtig hart. Das ist noch nicht so cool. Copy that. Put him on safe and let him hang. Great job. Heiß. Hat ja gut geklappt. Die Soft-Objectives, die haben wir auch alle. Und wieder ein S. So, zur Wache zurückkehren. Dann zeige ich euch mal den Officer-Tisch. Es spawmt immer hier in der Wache. Und je nachdem, wie weit ihr kommt bei der Mission, schaltet ihr neue Sachen frei. Das Shooting-Range hat man beispielsweise schon am Anfang. Aber ich glaube, es gibt hier auch einen Knast, meine ich. Wir können schon mal erstmal die Mission auswählen. Und dann zeige ich euch mal den Knast, falls ich den finde. Ich habe mir den selbst auch noch nicht angeguckt. Das wäre dann ein nervenaufreibender Einsatz, den wir machen müssen. Den wählt ihr hier einfach aus. Dann habt ihr hier nur Shooting-Range. Das ist aber, ehrlich gesagt, nicht der Rede wert. Die Shooting-Range ist irgendwie blöd. In der Alpha war die besser, meiner Meinung nach. Ah, hier. Holding-Cells. Hier ist es doch. Guck mal, da sitzt der Streamer drin. Wie geil ist das denn? Das haben die schon cool gemacht. Schauen wir uns mal das Briefing an. Ich würde sagen, schauen wir uns das Ganze mal an. How do we know it's legit? Good question. Well, as our luck would have it, a uniformed patrol just happened to drive near the house a few days ago and picked up what they presumed was a hit-and-run victim by the side of the road. It turned out he was a runner for the guys that run the neighborhood. He admitted everything while in the back of the ambulance. He was in a bad way and wanted to clear his conscience. He'd pocketed the cash from this big deal he'd overseen. He was planning on skipping town with this hooker or something like that. They tortured him in the attic of this house and left him for dead. Once the hospital got him stabilized, he sang like a bird. He told us everything he could about this place in exchange for immunity. What sort of premises are we dealing with? We're dealing with multiple. There are two properties, both empty. One went into foreclosure and somehow got lost in the bank's systems. Nobody's touched it since. The second is a house just to the north. The family was killed during a robbery on their way to the airport. The house was being fumigated and it sat that way empty ever since. Nobody seems to want the thing. But they're just the top layer. Our boy Reese managed to explain that there's a secret garage built under the property. That's where the heaviest footfall is happening. That's where we need to be. We've got the house under surveillance, but Reese gave us the core opening hours. That's when we move. The orders are to arrest at least two suspects at the property for detectives to pursue this investigation. We nailed them and get this lab shut down and it's a big check in the wind column. We won't be welcome in this part of town. I'm sure most of you here know how its residents feel about police presence. So this will be a big crackdown. Be advised that we have no information on suspects or civilians other than the possibility many will be under the influence of methamphetamine and be highly erratic and potentially violent on contact. Not to mention gang activity, meaning the presence of firearms on persons within the meth house. So I would advise you proceed with extreme caution. We don't want to cause a riot and lethal force is only permissible as a defensive measure. Am I clear on that? Yes sir. Yes sir. I want us to split into three teams. First team, I want you to take the first property. Sweep it. Arrest anybody that gets in your way. I want that house cleared and the garage held. Nobody gets in and nobody gets out until we've processed them. This mission is just as much about making a statement to the 213 district as it is about anything else. Dann haben wir hier noch die Verdächtigen. Das ist einmal John Doe. Zivilisten. Feine. Medien. Haben wir wieder ein paar schöne Bilder. Und dann haben wir noch eine Zeugenaussage. Hören wir uns die mal an. I was asked to do a drop at this house down in 213. I don't remember the address. I dropped off the product and took the cash. I was supposed to bring it back to the main house. That's where they run the logistics side of things. But I needed the cash. I pocketed it and stashed it in this place I found. I was planning on taking Reba and Archie and getting out of town. The fresh start. Get away from the Locos and the Johns knocking on our door all day and night. She could be a mama and I... Fuck, I don't know. They came looking for me quicker than I thought. When the money didn't come in, Julio sent them to find me. I hid in this apartment. Everyone knows about it. All the users hide up there when they need a place to crash. It was empty. I guess they maybe cleared it out before I arrived. They came in and grabbed me. I didn't see who, but I can take a good guess. Julio uses the same few guys to do his... Heavy hitting. When I woke up, I was there. In the attic. That's where they do their work. I was tied to a table. Julio was there. But so was this other guy, Frank. That's all he goes by. Nobody ever sees him. But we all know what he does. He's a surgeon. And a butcher in one. They wanted to know where the money was. But I couldn't tell them. I needed it. I have to get out of this city. It eats you alive. And now, with Archie... He deserves better than a junkie and a whore for parents. I've been there. I don't want that for him. I understand, Mr. Haynes. But can you try to stay focused? This house. Where was it? Right. Sorry. The house. This is a different one. It's the lab. Well, the lab is underground in his hidden garage. They're cooking all the time down there. Then they open for business at night. Direct visits come late at night. You know, the bigger clients. You know what I'm saying? I was in the attic. It's where she used to live. Now it's where they take the people they need information from. I don't know what happened or why they left. Maybe I was dead. Maybe I was resurrected for a second chance. Fuck if I know. But I was alive and alone. The rest is a blur. I can't remember anything after I fell through the attic. I remember seeing her up there. But it couldn't have been. She'd been quiet for too long. Maybe I was seeing things. But the next thing I knew, I was in the hospital. Ain't never been happier to see the cops in all my life. You're doing great, Reese. These houses, where are they? Are they connected? I can't remember the address. But I could show you. Never been good with names. They're connected to the business. One is the lab and storefront. And the other is where Julio and his boys operate things. The lab is at the back. It's all done up. Ready to be fumigated. You can't miss it. Hiding in plain sight, you know? That's great. This is helpful, Reese. Can you think of anything else? No. It hurts. I'm tired. Can I sleep now? I must say, I find that pretty cool, that they have so a story mode in here. But I must say, that they are a very, very small developer. They don't have the role, to make a Battlefield campaign, or a Call of Duty campaign. That's right, with Cutscenes. That's of course not there. That's a very, very small developer. We'll send them in the garage. And we'll go here. What's so sad is, that they 2-3 Maps entfernt have. I found them actually all pretty good, because they were a little bit different than the classic Maps, which you know here in the game. That's a farm. That's a apartment stock. And I think, that's a kind of port. Or they have the now port, also the port, the port, just completely new on. That can also be. But earlier, that's a different way. On my 6th. On your 6th. So, there a more, where are you ready? Here will I on the floor all the doors before the port, so that we can't really anyone in the back fall. Gerade in so a Crack-Bude is that very, very important. Where are you ready? That here is einmal diese Crack-Bude, die vorher im Spiel war. Und jetzt haben wir eine zweite bekommen, die zeige ich euch einmal. Sieht so ein bisschen Breaking Bad-mäßig aus. Ja, ja, kommt mal mit. Nicht darum ballern. Die ist nämlich hier. Das sieht wirklich aus wie bei Breaking Bad, wo sie da ein Zelt drüber gespannt haben um das Haus. Das ist schon sehr cool gemacht, ey. So, und da einmal bitte rein. Machen wir mal die Taschenlampe an, dann machen unsere Mates auch die Taschenlampe an. Das machen die mal, wie wir das machen. Das finde ich ganz cool gemacht. Wir können auch Laser und so draufpacken. Ich bin aber mehr der Freund von der Taschenlampe, muss ich sagen. Ich mag die Laser nicht so gerne. So, da können wir auch sagen, komm mal nach mir. Hallo, komm mal nach mir. Ah, guck mal, jetzt kommt er sogar hier hin. Das können wir machen, weil wir ja nicht wissen, was hinter der Tür noch ist. Sehr schön. Einmal auf rein. Öffnen, machen wir mal clear. hier. Okay, sehr gut. Okay, sehr gut. Machen wir mal CS Gas. Vor allem, das ist gar nicht so einfach, wie es vielleicht hier auf dem Video ausschaut, weil manchmal gehst du um die Ecke rum. Das ist schon sehr krass. Und dann stehen da einfach Zivilisten und du musst natürlich, darfst natürlich nicht auf die ballern. In den ersten Spielstunden, Junge, ey, da bin ich nur fehlgeschlagen. eine Feldmission nach der anderen. Hier sind diese Laborstationen, die wir reporten müssen. so, dann da wieder rein, bitte. Dann würde ich sagen, verkeilen wir die Tür auch noch, dann sind wir komplett isoliert. Dann kann uns wirklich keiner mehr in den Rücken fallen. Was auch cool ist, es gibt sehr, sehr viele Videos zu dem Spiel, wo so wirkliche Officers auf dieses Spiel reagieren und sich das Movement anschauen. Da gibt es natürlich wirklich einige Kritikpunkte, aber das Spiel wird sonst in den höchsten Tönen gelobt. Das muss man wirklich sagen. Die Tür decken wir da einmal ab. Ist die zu hier, oder was? Dann einmal bitte knacken. Digga, drehst du dich jetzt mal um? Gut, den haben sie auch, dann können wir hier direkt reingehen. Sehr schön. So. Da haben wir schon mal einige Hops genommen. Das ist wirklich richtig gut. So, einmal bitte durchgehen. Hier nochmal gucken. Nicht, dass hier noch irgendwo eine Waffe rumliegt. Ey, da habe ich gar keinen Bock drauf. So, dann werden wir mal mit der Mirror Gun unten drunter gucken. Okay, scheint ein Zivilist zu sein. Ah, ist ein Cracky, ne? Der Cracky könnte aber auch schnell angeeifen. Aber scheint nur einer zu sein. Und die Tür da hinten ist zu. Hier in der Ecke ist auch keiner, dann gehen wir mal so rein. So, wir schmeißen mal gerade ein paar Gasgranaten. Ja, die gehen natürlich auch durch die Wände durch. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist vom Spiel. Ich glaube schon. Weil da oben ist auf jeden Fall was. Nicht, dass da gleich einer durchstürmt. So, einmal durchsuchen. Was mit dem Festnehmen haben die irgendwie noch nicht drauf, die Bots. Okay, das waren aber schon einige bis jetzt, ne? Wahnsinn. Da möchte ich vorher einmal bitte durchgucken. Okay, das sieht gut aus. Dann können die direkt da durchlaufen. Decken wir mal kurz hier die Mitte ab. Entry denied. Dann werden wir jetzt mal das Schloss knacken. rechts im Garten ist was. Habe ich einen Schreien gehört? Ich würde sagen, wir schicken ein Team nach da unten hin. Und dann nehmen wir ein Team mit. Da sagen wir dann, dass die da durchgehen sollen. Ne, geht gar nicht. Dann sollen die in das Zimmer gehen, dann machen wir hier die anderen. Hm, sehr gut. Dann können die Roten da unten schon mal alles abdecken, während wir hier oben ein bisschen Action machen. Ah, hier ist die Kohle. Hier ist noch das MEV-Lager. Das habe ich mir noch merken können. Aber wir gehen mal hier rein. Hier ist nämlich auch noch eine Tür. Ich meine, die Türen, wo ich reingehe, ist die was? So, einmal durchsuchen. Sehr schön. Dann können die Blauen mal mitkommen. Aber wir müssen hier das Kit noch reporten. Leider ein bisschen auf Überdosis. Seht ihr ja hier schon. Nicht gut. So, dann kann das rote Team mal da reingehen und das blaue Team schicken wir mal da rein. Wir gehen mit dem roten Team. So, wir gehen hier rein. Okay, sehr gut. Sagen wir hier einmal öffnen. Dann gehen wir hier rein. Nice. Sollen die sich einmal bitte da hinstellen? Dann gehen wir mit dem blauen Team weiter. Ui, ist ja alle schon offen hier. Oh, die schicken wir mal da hin. Ich habe da gerade noch eine Frau gehört. Die ist bestimmt auch noch links im Raum. Nö. Wo war die Dame denn? Kein Plan. Oh, die können schon mal nach draußen. Oh, die sind ja alle schon. Oh, das ist noch einiger. Lass mich durch, Digger. Blockier doch nicht. Sehr schön. Ja, war aber echt viel los im Garten. Das habe ich noch nie erlebt. So, in der Zeit, wo die sich aufreihen, gucken wir mal, ob die hier auch alles festgenommen haben. Naja, der ist fest, okay. Sehr gut. Werden wir mal das blaue Team da reinschicken. Hm, sehr gut. Können wir hier nochmal die Tür verkeilen? Dahinter ist nichts, oder? Ne. So, und dann werden wir die mal alle da aufstecken vor der Garagentür und dann gehen wir da rein. Weil in der Garage, hatte er eben gesagt in dem Briefing, da geht wohl die Action ab. Einmal hier mit der Mirror Gun drunter gucken. Sieht gut aus. Ja. Können wir da einmal reingehen. Oh, ein Tunnel. Machen wir mal Gas rein, vorsichtshalber. Was machen die denn da? Wieso sind die denn weggerannt? Bisschen backt die KI, ne? Wieso ist das? Ich habe es. Ich habe es. Bleib auf mich. Du hast ein Port. Hm, wenigstens hat das geklappt. Ach, da hinten war der. Lol, habe ich erst gar nicht gesehen, den Hund. So, noch einmal suchen und sichern. Vielleicht haben wir noch irgendwo eine Gun liegen lassen. Die sollten sie dann auf jeden Fall schon nix aufheben. Hier ist doch einer. Hm, guck mal. Das haben die neu gemacht, dass wenn du jetzt suchen und sichern drückst, dass die am Ende der Mission alles selbstständig aufsammeln. Ist schon lustig, wie die da lang laufen. Weil das Ding ist, jetzt ist ja alles safe. Wir haben ja hier im Tablet alle Tasks completed. Also ist kein Gegner mehr da. Ja, guck mal. Da hat er noch was gemacht. Der Blaue läuft irgendwie noch nach oben. Jo, wieder ein S. Sehr schön. Können wir direkt in die nächste Mission reingehen. Was haben wir hier? Das wäre jetzt die Spinne. Wir sind alle bereit. Wir sind alle bereit. So, wenn ihr euch noch nicht gesagt habt, CID endlich bekommen die Decrypte Meta-Data von den Marked Mindjot-Drives, die wir ein Woche oder so haben. Die Daten von den Imagen auf den Drives corroborate die Informationen unsere Leute haben zusammengelegt. Wir sind alle bereit. 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 Verdächtige haben wir. Wir sind alle bereit. Wir sind alle bereit. Wir sind alle bereit. Wir sind alle bereit. Wir sind alle bereit und stellen worum es da geht. Hören wir uns mal das hier an was wir hier haben, was nicht gekennzeichnet ist. Sir, take a step back. Back it up. Hey, man, I'm trying to tell you something here. Whatever you have to say, you can say further away from me. What's up? I've been on this block for years, man. Don't talk to me like I'm some kind of fucking dope figure. This is my shit. This is my shit. Best come correct. Sir, calm down. What did you want to tell me? This fat motherfucker, man. He has women of all kinds stepping into this joint all day. Kids, too, mostly. If I had a phone, I'd have called you a long time ago. It ain't right. Is that it? You came over here to tell me women and kids are entering a crummy talent agency? That ain't it, buster. There's more to it. Every Sunday, I've seen these men show up, hauling all kinds of shit in there. No doubt. They be strapped. I seen them enter this morning. They still in there. And you dumb motherfuckers are out here making all this noise, getting whoever is in there real fucking antsy. I'm giving you a warning, man. If you're setting up the end of this place, you better have the whole fucking military with you. Thanks for the warning, pal. I'll take it to the chief right away. Maybe you can get a medal or something. Maybe we can get a medal for you and all your buddies here. You got a small mouth. I'll see how it works for you, boy. I'll take it to the end of this place. You got a medal on that door. Of course, camera. I'll take it to the end of this place. Okay. Okay. Nee, wir machen Öffnen mit CS-Gas. Und schmeißen wir schon mal ein bisschen Gas rüber. Jo, gehen wir mal rein und schauen, was da abgeht. Gar keiner da, lol. Digga, mach doch die Door-Redge raus. So. Ach, ich mach echt. Ach, dann. Ich mach das schon. Die schlafen ja fast ein. So, dann macht ihr mal da noch eine hin. Sehr schön. Dann einmal alle herkommen. Dann gehen wir mal aufs Dach. Dann gehen wir mal aufs Dach. Ja, hab ich schon. Bis die das machen. Jo, ja. Jahre vergangen. Haben sie den da jetzt wenigstens festgenommen oder immer noch nicht? Ich glaube immer noch nicht, ne? Solche Schnarchenhasen. Die können auch nur ballern. Gott sei Dank. Ja, jetzt brauchst du es auch nicht mehr machen, du Affe. Die können auch wirklich nur diese scheiß Keile anbringen, sonst gar nichts. Sehr schön. Dann könnt ihr einmal wieder da durchpushen. Wir haben, glaube ich, hier noch ein paar Räume. Die müssen wir noch, äh, clearn. Das können wir aber, glaube ich, auch ganz gut alleine machen, oder? Oder wir schicken ein Team in die eine Tür und dann gehen wir in die andere Tür rein. Machen wir einmal stürmen. Dann gehen wir hier rein. Jo. Hm. Nichts drin. Okay. Was sie mal machen sollten, ist, diese Bots einfach mal in der Nähe des Bombs zu platzieren. Weil damit rechnet man gar nicht. Wachen wir mit der Ramme und dann rein. Obwohl, wir machen, mhm... Mit CS-Grass. Das ist die Ruhige. Oh Gott, oh Gott, Alter. So drauf, die Leute. Scheint ist der Raum da clear. Rechts könnte was sein. In dem. Links von uns höre ich sehr, sehr viele reden. Ich würde sagen, wir machen die wieder zu. Wir gehen dann vielleicht mal außen rum. Ich bin persönlich ein Spieler. Ich mag das erst, die kleinen, engen Räume zu clearn. Und dann in die ganz großen reinzugehen. Die großen sind so unübersichtlich. Weil du bist hier inner... Also mit ein, zwei Treffern von den Gegnern. Das muss man realisieren, wenn man das Spiel nicht kennt. Dann bist du halt tot, ne? Gleiches geht natürlich auch für die Bots. Da können sie rein. Ach, machen wir das hier erstmal weg. Ja, da hinten ist einer. Links ist zu. Nur noch geradeaus. Warte mal, kommt er uns vielleicht entgegen? Das wäre ja noch besser. Seht ihr? Ein Schuss und ich war schon komplett, äh... Rot. Aber er hat nur die... Nur das Bein getroffen, das rechte. Das sieht man unten links in der Ecke. So, da einmal bitte aufrein. Und einmal bitte da aufrein. So, dann gucken. Okay, links ist auf jeden Fall lockt. Hier ist es zu. Das ist sehr gut. Dann würde ich sagen... Äh, schicken wir alle durch die Tür durch. Was sagt das Magazin? Na, ist doch in Ordnung. Okay, hier ist auch keiner. Wie sieht's hier aus? Wo sind denn die ganzen Gegner? Oder sind hier nicht so viele in dem Level? Ich schmeiß mal eine Gasgranate, um zu hören, wo die sind. Da hinten ist eine. Ich bin weiter. So, den sollen sie mal bitte pushen. Dann gehen wir hier rum. Okay, hier ist sauber. Los, geh runter. So, die können ja immer da reingehen. Runter. Hey, runter. Aber was man auch sagen muss, der Gegner-Counter variiert immer, ne? Das ist nicht festgeschrieben. Es kann sein, dass du mehr Zivilisten hast. Es kann aber auch sein, dass du mehr, äh... ...dass du noch Rissen hast. Das finde ich auch ganz cool, dass das variiert. So, dann einmal alle mitkommen. Dann machen wir mal so einen Doppelpush. Da kommen die Blauen hin. Kann ich euch auch mal zeigen. Das hatten wir, glaube ich, bis jetzt noch nicht gemacht, ne? Ach, Digga, ey. Dieses Blockieren, ey. Die sollen diese Teammates so unsichtbar machen, oder wie man das nennt. Und da machen wir jetzt einen Doppelpush. So, jetzt... Ist das unlucked, oder was? Äh, machen wir so. Dann sagen wir alle Teams, dass sie zeitgleich da reingehen sollen. Die gehen zeitgleich rein, und die auch. Kleinen Doppelpush. Bei diesem Level hatten wir, wie ich finde, sehr, sehr viele Zivilisten, ne? So, dann können wir mal sagen, alles durchsuchen, wie hier bitte. Falls hier noch irgendwo Waffen sind. Na, der rennt schon wieder irgendwo hin, als würde irgendwo noch ne Waffe liegen. Sehr schön. Das haben wir bekommen. Mh, ist wunderbar. Ey, bis jetzt alles first try. Das ist sehr, sehr geil. Und was kommt denn jetzt Schönes? Was hat das Spiel für uns parat? Tödliche Besessenheit? Ah, das Fault Level. Das fand ich früher mal sehr, sehr schwer. Ich meine, wir sollten mal wechseln zu was anderem, oder? Lass uns mal Blendgranaten mitnehmen. Weil ich meine, die haben da Gasmasken. Wenn das noch so ist wie früher. Kann man hier ganz einfach drüber anpassen. Wahrscheinlich nehme ich persönlich immer zu viel Granaten mit. Aber ich weiß nicht, was ich sonst mitnehmen soll. So, und da müssen wir darauf achten, dass wir jedem auch so eine Blendschutzbrille geben. Hier haben wir zum Beispiel auch eine ballistische oder Nachtsichtgerät. Das Ding ist ja zum Beispiel bei der ballistischen. Wenn du die anziehst, die tankt sehr, sehr viele Schüsse im Gesicht weg. Dann ist das Spiel um einiges einfacher, muss man sagen. Aber ich persönlich mag es halt gerne mit Granaten zu spielen. Ich finde einfach, das gehört dazu. So, eine Blendschutzbrille. Und ich selbst benötige selbstverständlich ja auch eine. So, und dann können wir direkt reingehen. Schauen wir uns mal das Briefing an, was wir machen müssen, genau. Schauen wir uns das Ganze mal an. All right, boys, listen up. Wir haben alle gehört über die Schüsse nach der McCabe Station. Wir haben drei Offiziere kämpfen für ihre Leben, und drei haben bereits verloren. Aber wir haben etwas anderes, auch. Wir haben die Name und die Probabilität der Sonne von der Bitche, die das gemacht hat. Wir haben auch das Gefühl, dass wir diejenigen, die zusammengekommen sind. Settelung. Was wir wissen, über die Erinnerung von heute, ist, dass Gerard Scott hat einen Krieg mit einem Feuer in der McCabe in der McCabe in der McCabe. Er lag in wait, und wenn die Polizei kam, er öffnet fire an sie mit der Riffel. Sgt. Walsh, please call extension 4342. Scott dann fährt die Szene in einem RV. Sgt. Walsh, 4342. A member of the public who was nearby, when the shooting started, got the license plate, which we've traced to a compound up on Solven Slope. Scott's details are coming through your tablets. Wir wissen nicht viel über diesen Mann. Er war für den USIA in einer office-basierten Rolle. Er hat keine Familie, keine Freunde, und wahrscheinlich keine acquaintance. Er war nicht mehr von uns bis heute. Wir haben nichts zu arbeiten mit, keine Motive, keine Geschichte von Law-Enforcement. All we know ist, dass dieser Mann lebt die Kiefer zu ihm selbst. Er hat schon gesagt, dass er nicht afraid zu schießen, so ich glaube, er wird uns mit offenemrennt. Be careful da, da. Okay, verdächtige Gerrit Scott. Zivilisten haben wir keine, Medien, Zeitungsartikel. Immer noch ein Flyer. Nachrichtenbericht. Über den Überfall von Gary Scott auf die LSPD Station in McCade. Ha, wie geil. Schauen wir uns das auch mal an. Ich dussel hatte voll vergessen, dass wir ja die Gasmaske abgesetzt haben und dadurch können wir ja nicht diese Paintball-Waffe spielen, weil dadurch bekommen wir ja selbst Schaden, beziehungsweise nicht Schaden, sondern werden gestunnt und betäubt. Deswegen haben wir jetzt als Team nochmal komplett umgerüstet auf die Pumpgun. Die Pumpgun, da gibt es eine, die verschießt Gummigeschosse. Die ist auch gar nicht verkehrt. Die ist sogar noch vielleicht sogar ein bisschen besser. Ich persönlich bin aber mehr so der langen Waffenspieler. Ich feiere Pumpguns eigentlich nie in Shooters ab. Also, auch nicht in PvP-Shooters, das war noch nie so mein Film. Aber wir probieren das Ganze mal hier in Ready or Not aus. Würde sagen, wir können hier mal Stack-Up'n. Alter, dass die blockieren, das ist so blöde, ey. Wir müssen die halt wirklich jedes Mal durchlaufen lassen. Dankeschön. Ja, das ist ja schön, dass die Tür gut ist. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir eine Falle. Gut, dann brauchen wir da nicht verriegeln. Wenn die da durchlaufen, dann sind die tot und die dürfen ja nicht sterben. Das ist nicht gut. Aber unten im Keller sah es eigentlich ziemlich clean aus, ne? Lass mal hier gucken, was hier abgeht. Wie viele stehen oder eher nicht. Hier haben wir auch eine Falle. Ich gehe vor. Kleiner Testschuss, aber es kommt anscheinend keiner. Ich gehe vor, ich gehe vor, ich gehe vor. Ich gehe vor, ich gehe vor. Wo bin ich? Ich gehe vor, ich gehe vor. Nichts hier, Herr. Leichtstück, weg. Scheint ziemlich sauber zu sein, ne? Wo kam der jetzt weg? Wisst ihr auch nicht, ne? Ich hätte doch die Türen hier geretscht. Oder sind... Oder ist er durch den Spalt da gegangen? Er ist, glaube ich, durch den Spalt hier gegangen. Weil da ist zu. Aber wir kommen da nicht durch, oder? Nö, wir kommen da nicht durch. Hier ist auch geretscht. Komisch. Ich glaube, der sieht ja aus wie ein Buki, ey. Und welche Unterlagen? Das war's schon? Toll. Was waren das jetzt? Drei Gegner, ne? Jo, drei Suspects. Ja, easy. Ja gut, ist ja auch nur ein kleines Haus, ne? Rang S. Sehr schön. Jetzt gehen wir mal direkt in die nächste rein. Das ist Ideen des März. Und bei Ideen des März kann man das Ganze wieder ändern. Äh, und da können wir mit Gasmasken spielen. Ich glaube, das sollten wir auch. Oder nehmen wir wieder die Blendschutzbrille. Auf jeden Fall möchte ich da mit Langwaffen spielen. Und ja, wenn wir mit Langwaffen spielen, dann sollten wir auch eine Gasmaske nehmen. Alter, wir haben aber hier einiges zu tun. Bringen Sie Ordnung ins Chaos, Zivilisten retten, Scharfschützengewehr in Zimmer, mhm, lokalisieren, Verhaftung, drei Verdächtige, feinste Musikproducer, feinste Retired Navy Officer und noch ein Scharfschützengewehr. Alter Schwede. Wir hören uns auf jeden Fall erstmal das Breathing an. All right, we've got to roll. This just came in. There have been multiple calls coming in of an incident over in Brisa Cove Memorial Park. An assassination attempt on Senator Cornelius Fremont. This guy is supposed to be running for president in the next election, so I'm sure you can all appreciate how much we don't need this to turn to shit right now. The senator was holding a rally in the park when the shooting happened. Security was on site, but the shots came from further afield. Reports indicate it came from a building south of the park. Early details say there are several suspects holed up on the 12th floor. We don't have much to work with, but we do know that the senator has received a few threats in recent weeks from a veterans group who were unhappy with the decision to cut VA hospital funding, a bill the senator heavily supported. The senator is no longer on site, and uniforms have already cordoned off Memorial Park. I want us to hit that building and flush out whoever is up there. I know you can do jobs like this in your sleep, but I can't stress how badly we need this dealt with quickly and cleanly. We've already cleared the building to the 12th floor. Now it's up to us to go in there and search every apartment that has a view of the park, however marginal. I want guys on the roof and everywhere in between. Keep in contact, and for God's sake, communicate with one another as you go. I won't have anything falling through the cracks on this one. Any questions? What's the status of a senator? Last update was that he's alive, but barely. They got him good. Now, there's no time for sitting around. The buildings' plans are being uploaded as we speak. Familiarize yourselves with them before we head out. Alright, time for questions. Anybody got anything burning? They need clearing up? Great. Now gear up and report back to your element leaders in the garage in five minutes. Stay safe out there. So, Verdächtige, the left behind. Ui. Left behind kenne ich nur von Slipknot. Dann haben wir hier noch Zivilisten. Einige Zivilisten. Vier Stück, okay. Medien. Ah, guck mal. Das ist hier auf jeden Fall Ex-Militär, wie gesagt wurde. Also, das ist hier schon ordentlich. Schauen wir uns mal hier den Anruf an. 911, this call is being recorded. What is your emergency? We need a police. Someone just killed a senator. I'm sorry, sir. Can you repeat that? We need the police. I'm at Memorial Park and someone just shot Senator Fremont. Okay, sir, thank you. Can I take your name? Carlos. Thanks, Carlos. You said someone had been shot. Was there a dispute or was? Oh, no, you're not listening. Someone shot Senator Fremont as he was giving a speech. It wasn't anybody up close. It must have been a sniper or something. I don't know. All right. I was listening to his speech when there was a gunshot and he hit the deck. It's mayhem down here. Okay, Carlos. I'm going to need to ask you to stay calm. The police ran down. You say the shooter was not in the park? No. Yes. Oh, God. I don't know. Maybe. But they weren't in the crowd. He was shot from a ways away. You know? I understand, Carlos. Thank you. So, to confirm, there was no active shooter in the park. Uh, no. This was a targeted attack. They wanted the senator. Oh, this fucking city, man. Oh, I hate it here. Thank you, Carlos. As I said, the police are inbound. Please stay out of the way and let the emergency services work. Thank you for calling and please stay safe. Oh, okay, okay. Thanks. God, what a day. Wie gefällt euch denn persönlich über die Yannat? Also, ich finde das ein sehr, sehr geiles Spiel. Ich kann mir das auch vorstellen, dass das noch größer wird oder noch einen Nachfolger bekommt. Ich denke, Nachfolger wäre da auf jeden Fall drin. Ich schätze mal, die werden jetzt bestimmt noch so ein, zwei Jahre das Spiel mit Content versorgen und vielleicht dann sogar in den zweiten Teil reingehen. Mal schauen, was sie sich da vorgestellt haben. Also, solche Spiele müssen gefördert werden, meiner Meinung nach. Ach, dieses Genre, was wir hier haben, das ist geil. Also, mir gefällt das zu 100 Prozent richtig gut. Ich habe das ja damals schon in der Alpha gespielt. Das ist ein richtig geiles Spiel. Diese Mission hier, das ist für viele Spieler die schwierigste Mission im ganzen Spiel. Ich muss persönlich sagen, ich finde die gar nicht so wild. Also, ich finde die eigentlich ziemlich einfach, wenn man weiß, wie man die machen muss. Und wie macht man die? Indem man ruhig, vorsichtig und mit Taktik vorgeht. Wenn man so blind reinpusht, dann bist du natürlich heftig Kanonenfutter. Gut, das was wir jetzt hatten gerade, ist natürlich auch das Best-Case-Szenario. Also, weil gar keiner im Gang war. Das ist das Beste, was man haben kann. Wir werden jetzt hier kurz verharren. Dann werden wir die nochmal komplett durch den Gang durchschicken. Und dann gehen die ein Stückchen weiter als eben. Dann machen wir gerade hier die Seite. Obwohl, wir gehen lieber mit das Meer lieber. Weil die nehmen ja aus irgendwelchen Gründen kein Mensch fest. Bisschen nach hinten gucken. Ich mache das immer so bei der Karte, falls ihr die Karte auch spielen möchtet auf S-Rang. Ich laufe einmal rum und mache an jede Tür Keile ran. Dass die mir gar nicht hier auf den Sack gehen können. Da bin ich bis jetzt immer mit am besten gefahren bei der Karte. So, jetzt alle da in die Ecke rein. Wir gucken dann rechts in den Gang rein. Da ist auf jeden Fall eine Tür off. So, alle jetzt da rein. Erstmal alle Türen zumachen, ist ganz, ganz wichtig. Ach, ich habe meine Brille nicht geändert. Scheiße. Also, ich habe immer noch die Blendschutzbrille auf. Ich dusse. Nicht gut. Da müssen wir jetzt aber verdammt nochmal aufpassen. Ich doof, Mann. Ich habe die Gasmaske nicht geändert. Aber unsere Kollegen haben die, glaube ich, alle auf. So, jetzt haben wir alle Türen zu. Guck gerade mal. Die Mates, die müssen eigentlich eine Gasmaske haben. Hier haben alle Gasmasken. Sehr gut. Äh, den Typen da. Den werden wir mal hier hin lotsen. Sehr schön. Dann werden wir mal anfangen, die einzelnen Keile zu entfernen und dann die Bude zu säubern. Ich würde sagen, wir fangen hier an und arbeiten uns dann rechts rum und machen als letztes die Mitte. Da können wir schon mal sagen, aufstecken und hier auch einmal aufstecken. So, hier ist sauber. Hier ist auch keine Falle. Keine Falle. Hier werden wir die Roten jetzt sagen, öffnen. Kurz gucken, ob die offen oder zu ist. Locked, okay. Dann kann... Machen wir die kurz mal, äh, auf. Natürlich bekommen wir auch noch andere Missionen. Beispielsweise musst du bei einer Mission, äh... Bomben, glaube ich, entschärfen. Früher konnte man sich die Spielmodis pro Karte noch aussuchen. Jetzt haben sie leider eine Färden. Finde ich ein bisschen schade. So, hier einmal. Und dann das blaue Team öffnen. Machen wir mit CS-Gas, dann können die komplett durchpushen. Obwohl, ne, CS-Gas brauchen wir ja gar nicht. Die anderen machen ja auch kein CS-Gas. Und dann würde ich sagen, let's go. Hier ist noch ein kleiner Hinterraum, glaube ich. Ja. Wir müssen jetzt nur drauf achten, wenn wir jetzt die Map spielen, dass wir wegbleiben von den Gegnern, also wir als Spieler. Weil wir haben ja leider Gottes nur eine, äh, Blendschutzbrille. Da hinten ist eigentlich ein Spawn-Punkt. Da dürfte keiner mehr sein. Aber schick mal vorsichtshalber noch ein Team hin. Man kann sich das andere Team schon mal bei einer anderen Tür positionieren. Ist jetzt auch nicht so wild. Jeder lieber auf Nummer sicher. Ich trau dem Spiel hier alles zu. Ich glaube, hier ist auch ein Spawn bei dem Exit. Ja, lass die da einmal durchgehen, wenn gut ist. Oh, sie ist zu heilbar. Man weiß ja nie. So, und da jetzt einmal aufreinen. Wir gehen jetzt in das Zimmer rein. Wir haben hier eins, zwei, drei, vier Zimmer. Und in der Mitte das fünfte, okay. Kurz einmal mirroren, wie viele da sind. Da liegt ein Kaputter auf jeden Fall auf dem Boden. Ich würde sagen, lass uns ruhig mal reingehen mit dem Launcher. Machen wir uns mal eine Kamera an. Weil wir dürfen da jetzt ja nicht in das Gas reinlaufen. Das müssen wir die jetzt machen lassen. Okay, Zivilist oben rechts. Könnt ihr sehen. Wir werden hier kurz mal reingucken. Okay, sieht gut aus. Das Gas muss weg. Ey! Was macht denn unser Team, Alter? Ich dachte, die haben da abgedeckt, doll. Egal, wir haben es da im Griff. Sind ja hier die Profis, ne? So, jetzt würde ich sagen, ein... Äh... Ein Team stellen wir... Ach nee, da ist eine Falle. Oh, die Blauen stehen da. Die können da auch, glaube ich, direkt reingehen, ne? Hat er den da festgenommen jetzt? Jo. Wunderbar. Hier ist ein Scharfschützengewehr. Sonst ist hier, glaube ich, nichts mehr, ne? Was halt auch geil wäre, in diesem Spiel hier so ein PvP-Modus, dass welche verteidigen müssen und dann angreifen müssen. So Rainbow Six Siege macht das ja eigentlich ganz cool. Aber ich persönlich mag das Spiel nicht so gerne, wegen dieser scheiß Ulti-Fähigkeiten. Also die einzelnen Fähigkeiten. Das mir... Ich weiß, viele Spieler lieben dieses Spiel, aber ich mag es einfach nicht, äh, dass man da so Fähigkeiten hat. Das ist mir ein bisschen zu abgespaced. Tut mir leid, ist aber leider so. Gold-Team. Sprechen. Ich bin auf. Sieht eigentlich ziemlich gut aus, ne? Geh die Tür und rein. Geh die Wege runter. 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 Geh, geh, geh! Ja, diese scheiß Paintball-Kugeln wieder. Out of the Kloxet. Nothing. I'll check the bed. Alter, ist das hier ein Hin und Her, ey. Das ist auf jeden Fall nicht gut, dass wir diese scheiß Maske nicht geändert haben. Aber egal, dann seht ihr das auch, dass das mit Einschränkungen ganz gut funktioniert, das Level. So, da hätte ich gerne ein Team. Sofort festnehmen. Was geht hier ab, Alter? Holy shit, die pushen ja rein, die sind ja so aggressiv, diese scheiß Gegner, ne? Alter Schwede, ey. Keine Falle, oder? Nee. Könnt ihr jetzt da mal durchpushen, oder seid ihr irgendwie bescheuert? Und bitte nur das blaue Team. Red, bleib an mir. Ich bin hier, Sam. Ich bin hier mit dir. Hier sieht gut aus, dann kann das Team da einfach mal reingehen, würde ich sagen. Ich würde mich ja trotzdem gerne einmal umschauen. Nicht, dass sie irgendwas vergessen hier oder so. Habe ich nämlich keinen Bock drauf. Okay. Hier die Door Rage können wir jetzt auch entfernen. Das war nämlich so ein verbundenes Zimmer. Nein, natürlich nicht. Du sollst dagegen treten, Digga. Okay. Jetzt haben wir noch hier die beiden. Sind, glaube ich, auch verbunden, ne? Müssen wir mal schauen. Mal bitte verteilen. Ach, lass mich dann lieber nochmal drüber scopen. Okay, Badezimmer sauber. Geradeaus auch sauber. Kann sein, dass welche um die Ecke stehen. Badezimmer in, clear it. Done. Breaching. Open on the right. Got an opening. Police, drop your weapon. Nothing here, sir. Close it. No sound. You're gonna move. Cuff him. Hands up, drop the weapon. All right, I'm out. Get down. Do not move. Fuck it. Entry team to talk. Bloom, split and provide cover on this door. Talk to entry team. Roger, trailers inbound. Red team. Move in, clear the room. Doing it. So, einmal clear. Wir gehen hier nochmal außenrum. Wunderbar. Ja, klappt das bis jetzt ganz gut. Was sagen die einzelnen Tasks? Äh, Scharfschützengewehr. Haben wir ja eins gefunden. Jetzt müssen wir noch ein anderes finden. Sonst alle Gegner töten. Okay. So, lass mal. Ich glaube, wir machen wieder so einen Doppelpush. In das Gebäude rein. Sind das die roten da, ne? Die können mal mitkommen. So. Die können sich da einmal hinstellen. Geht in die Position. Hm. Sieht auch sauber aus. Aber da ist die Tür so behindert offen, ne? Das da macht mir Bauchschmerzen, ehrlich gesagt. Dass die offen ist. Das ist ein bisschen schwierig. Ich würde sagen, da machen wir einen Vierer-Push. Also alle durch die Tür da. Weil wenn die offen steht, das ist, äh... Das ist ja mal komisch. Wenn die nach innen offen wären, dann wäre das, glaube ich, ein bisschen angenehmer. Ich mag das nicht so, wenn die Türen nach unserer Richtung offen sind. Alter, was sind das für FPS-Einbrüche? Holy shit. So, leiser rein. Eine Tür, cleared. 10-Four. Move, move, move! Opening on the left. Coming in! Opening on the right. Nothing. Fuck! Put the weapon down! Put it down! Drop the weapon! There, go. Heading out now. Das war doch gar nicht schlecht. Das war doch ganz gut, oder? Auf jeden Fall wichtig, dass ich vorgegangen bin, ne? Weil die standen beide da richtig eklig. Wären wir jetzt von der anderen Seite reingegangen, dann wären wir ja vorne um die Ecke herum. Dann hätten die uns alle weggeballert, bin ich der Meinung. Warte, hier haben wir noch eine Tür. Okay, easy. Weil wenn wir hier reingekommen wären, dann wäre der hier um die Ecke, dann wäre, glaube die KI erst auf die Tür hier gesprungen und dann wären wir weg gewesen. Weil bei diesem S-Rang darf natürlich auch keiner der Teammate sterben, das ist natürlich vollkommen klar, ne? Hier ist noch ein Scharfschützengewehr. So, was sagt denn das? Achso, das war schon in der Mitte, war gar keiner? Holy shit. Ja stimmt, die waren ziemlich in den Räumen, in den Räumen waren sehr, sehr viele. Stimmt, bei den einen, da sind uns ja drei Leute noch reingelaufen gekommen. Stimmt. Was, Alter? Holy shit. Ach ja, und diese Offiziere habt ihr ja gerade gesehen, irgendwie Fähigkeit freigeschaltet, aber ich sag euch ganz ehrlich, ich hab da gar keine Ahnung von. Ich juck das auch nicht die Bode. Ich glaube nicht, dass sie so ausschlaggebend sind, diese verschiedenen Fähigkeiten. Jetzt haben wir hier irgendwie den Pro freigeschaltet. Hm. So, was ist denn das nächste, was wir machen müssen? Gewundener Weg. Ah, okay, das ist Mindjod Datenzentrum. Alles klar. Schauen wir uns mal das Briefing an. Alright, listen up. We've got a warrant service on Mindjod Dana Center in Kalina Beach. It's inland, pretty dusty. It's also pretty dim outside. The facility is located on 52 East Temple Hill Street. And we've got multiple entrances for this one. Side 1 will lead us into the lobby. Side 2 contains an access doorway. And side 4 has a loading bay entrance that leads into the data storage areas. An element on scene has determined that there's a possible entrance on the rooftop that leads down into a second level. Now, we're dealing with a lot of expensive hardware in the structure. As you all know, Mindjod is on the downslope. So we don't expect much recourse if shit gets broken. But we want to be mindful of property damage. It will also limit the capabilities of our cybercrime teams if they have to work with a bunch of destroyed drives. Threats inside the facility are unknown. Mindjod has a security layer that is well-armed and on edge. We don't know if these guys have also been paid off by whoever is running the show here. I mean, times are tough. And all it takes is a little money to keep desperate people floating. I want to stress that this facility has had a number of robberies recently. Some by individuals posing to be police. And a kidnapping that led to the death of one of the security staff not too long ago. If these guys aren't aware of what's going on at the facility, they could very well be on edge enough to send rounds your way out of fear. If you guys keep it slow, use your compromised authority to bang rooms and limit the security team's effectiveness, we shouldn't have a hard time gaining control of the situation. Because of the prior robbery where the suspects were disguised as police, we're going to have marked units visible. And we're going to start loud hailing as soon as we're in position. If they don't surrender, I take that as a sign that they might know something about what's on that hardware they're guarding. The data center is also running a skeleton crew, so it's likely we've got a couple of civilians within the compound. These guys all look very similar, so check your shots and be mindful of what is beyond your target. Any questions? Is this tied to that streamer we detained last week? Hmm, it looks like it. We scrubbed metadata from the child pornography on his computer that pointed towards this place being the source. Something big is going on here. So we've got to make sure not to damage anything, that might get us closer to the nabbing whoever's in charge here. Alright, time is tight. Gear up and let's roll out. Rally is on Truman Boulevard in Temple Hills. We'll gather there and get any fresh information from the other element on scene. Thames is also on route. Stiege? Guck mal, die haben so silberne, äh, Helmer auf, ne? Zivilisten, sind Staff, okay. Medien, Dark Web Fotografie, Server Verkauf, okay, wir haben hier noch ein, ne, wir haben gar kein Audio hier, okay. Dann würde ich sagen, können wir direkt loslegen, aber Achtung, ich hab ja noch einen Fehler gemacht, ich hab ja meine Blendschutzbrille nicht gewechselt. Jetzt ist es mir Gott sei Dank wieder eingefallen. ähm, lass uns das mal machen. Äh, Gasmaske. Äh, Oder sollen wir vielleicht mal komplett ohne Gas spielen und wir nehmen alle einfach mal hier so eine ballistische Maske mit. Das können wir gerne auch mal machen. Äh, Ballistische. Bravo, auch eine ballistische. Charly bekommt auch eine ballistische. Delta bekommt dann natürlich auch eine ballistische. Äh, verschießt Gummikugeln, die Ziele betäuben und die sortieren. Ich würde sagen, lass uns mal Stinger mitnehmen. Lass uns das mal ausprobieren. Anscheinend sind es nur Gummikugeln. Das heißt, äh, wir sollten trotzdem den S-Rang erreichen können, ne? Einfach mal ausprobieren. Das ist ja hier auch ein Netzplay, da kann man sich mal ein bisschen austoben. So, Alpha. Äh, zack. Zack. Dann müssten wir, glaube ich, hier nochmal diese Werfer ändern, ne? Hörer mal. Gas. Nehmen wir hier die Stinger mit. Okay. Let's go. Probieren wir mal unser Glück. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir die Gummigeschosse nicht abkommen, aber anscheinend betäuben die ja nur. Müssen wir mal schauen, wie die sich im Einsatz verhalten. Dann nehmen wir mal das Datenzentrum, gefüllt von den Aluhüten da auseinander. Mein Jot. Aha. Element. Entry team, wir haben keine Kontrolle von Negotiations. Sie sind klar, um zu verabschieden und zu verabschieden die Pläne. Moving in. Get down, I want these hands. Down on your knees. Get on the fucking ground. Hands up, drop the weapon. Ah ja, jetzt haben wir wieder die Scheiße mit den Waffen. Ich gehe doch kaputt, aber wir schaffen das schon. Jesus, ich glaube nicht, haben die den nicht festgenommen. Sind die peinlich oder so? Sind die wirklich peinlich? Was für Esel, Alter. Was für Esel, ey. Vergeisteskrank. Wenn ein Raum sicher ist, sollte doch vom Spiel die erste Aufforderung sein. Ayo, check the room. Was ich hier auch mache mit Suchbereich, mit der sechsten Taste. Sollte doch die oberste Priorität haben. Oder habe ich irgendwie einen Denkfehler? Auf der 6. Auf der 6. Genau mit dir. Jamm die Tür. Tür, Jamm, bereit. Wo ist es gut? Auf mir. Auf mir. Ich habe dich fixiert. Geh und clear. Dacken. Geh, geh, geh! Sieht aber ziemlich clean hier außen aus, ne? Hat er jetzt da einen platziert? Jo. Ist anscheinend weggepackt. Lul. So, jetzt müssen wir alle Türen zu haben bis unten in der Mitte, wo wir reingepusht sind. Dann würde ich sagen, arbeiten wir uns von da hoch durch. Oder wir machen erst das obere. Lass uns erst oben machen. Gehen wir in! Auf der Seite. Was ist hier oben, Boss? Bleu Team, put the stack and provide cover. Red Team, we're good to go. Wird da jetzt los? Da können wir auch alle reingehen. In der Zeit solltet ihr da eigentlich reingehen, ihr Pappnasen. Ah, der Aluhut. Immer nur ein paar Schüsse setzen, nicht komplett wieder komplett zusprayen, weil sonst kriegen wir natürlich negative Punkte, wenn wir da zu oft reinhalten. Da muss man ganz, ganz vorsichtig machen, ne? Das ist Talk, copy Entry Team, notifying trailers. Open a door, clear it, copy. Walk away. Stay back. Bracing. Don't move. Empty over here. No contacts. Okay. Lass mal hier Licht wieder ausmachen. Weil sonst da unten sind, glaube auch welche. Da sind ja diese Server. Und nicht, dass die, äh, uns sehen. Let's go! LSVD! Don't move. Stop the weapon! Stop the weapon! Bullshit! Do it now! Pass me. Tie them down. I don't want you moving. Okay? Fuck, I didn't want to eat part of it. We're ready for pickup. So, die sollen da durchpushen. Ich pass hier auf, weil, äh, in der Mitte konnten wir dir eine Tür nicht zumachen. Da war ja noch so ein Durchgang. Was los? Keine Lust? Ich muss jetzt da mal durchpushen, Digga. Also, er hat die jetzt, ach, hier können wir noch eine festnehmen. Irgendwie werde ich aus der KI nicht schlau. Manchmal funktioniert die richtig gut in vielen Levels und jetzt gerade hat sie wieder irgendwie gefühlt einen Komplettausfall. Verstehe ich nicht. Ich hatte mir jetzt eigentlich gedacht, die sollten nur diesen Raum hier pushen, aber irgendwie ist der direkt durchgelaufen. Ich habe keine Ahnung warum. So, was ich jetzt nämlich eigentlich machen wollte, ist, ich wollte die da unten durchpushen lassen und wir supporten die von hier oben. So, geh mal durch da rein. So, wie hat die KI gerade einen Ausfall? Ich verstehe gerade, ach, bestimmt, weil der auf die geballert hat. Komplett explodiert. Und die KI. So, jetzt aber. So, jetzt aber. Sind echt alle hier nach oben gelaufen, die Pussis. Machen wir jetzt Trick 17 und gehen dann hier rum, weil ich kann die nicht verhaften. Ich traue mich das nicht, wenn ich ganz alleine bin. Ich gehe dann lieber auf Nummer sicher. Auf jeden Fall setzen wir gleich wieder die Gasmaske auf. Komm mal, was wolle, ist mir scheißegal. Oder wir packen. Ne, wir können ja nur die Waffe spielen. Sind da schon wieder los? Wer ballert da? Ich bin quer Although. Ich weiß nicht nur die Waffe. Okay. sind auf jeden fall brutal angeschossen die runde ne aber ist ja gar nicht verkehrt so lange wir nicht sterben ist ja alles gut mach mal ruhig so ein stinger ding dahin will das mal in action sehen ach das ist so eine mini explosion so ein bisschen Listen. Wahnsinn, dass wir das schaffen. So viele Fehler passiert die Runde. Da steht einer. Wie Gegner haben wir denn noch? Ach ne, wir haben schon alle. Lull. Äh, einmal durchsuchen. Sonst fehlt bestimmt noch irgendwo eine Waffe oder so. Ein Zivilist fehlt noch, ne? Ne, wir haben alles. Dann müssten das nur noch die Waffen sein. Die wir vielleicht irgendwo noch aufheben müssen. Ich meine, wir haben ja gerade schon per Voice-Chat gehört, dass die schon einiges aufgehoben haben. Anscheinend fehlt noch was. Weil wir kriegen nur ein S, wenn der auch selbstständig das Spiel hier beendet. Ah, er zippt was ab. Das ist immer wichtig, alle Pistolen aufsammeln. Ah, jetzt haben wir es. Sehr schön, was haben wir? Zwei von zwei. Elf Gegner. Das waren aber ordentlich viele, oder? Waren schon einige. 14 Waffen, ja. Cool. Haben wir das S auch. So, und ich mache jetzt als allererstes natürlich, setze ich mir eine Gasmaske auf. Das ist das allererste, was ich hier mache. Können aber schon mal direkt die nächste Mission auswählen. So ist es ja nicht. Äh, was haben wir denn hier? Alle Zivilisten retten. Locate Weapon Manufactory. Okay. Und eine Waffenmanufaktur. Alles klar. Okay, 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 everyone. Take a seat. Here's what we've got. We've got an interesting one on our hands. The faces you see on your tablets are the Tran Brothers. They come from a normal family up in Kauaiu. I know it's not our usual hunt, but we've got an arrest warrant for all three. An ongoing operation watching a car dealership in North Hills, which is a front for a weapons modification rate. We've got two guys on the inside at the dealership. And they noted that a lot of really interesting equipment is coming into the shop and being collected by Tau Tran. These parts are not your run-of-the-mill car parts either. We're talking about everything you need to convert a semi-automatic into a machine gun. These Tran boys are in above their heads and swimming in dangerous waters. The intel we got from inside the dealership is linking back to some large and very dangerous names. These boys don't know what they've gotten themselves into. What are we looking for in the house? I'm getting to that. Their eldest, An, is a mechanical engineer. They are getting the weapons from somewhere. He's modifying them in the attic with parts he orders from his North Hills dealership. We don't have the confirmation, but I suspect they are selling them through it, too. Things are a little complicated, though. The boys live at home still. Their parents are older and retired. The boy's mom, Hway Nguyen, is dying. She's got stage four lung cancer. She's the one who called us and gave us the information. Turns out they are struggling for money and can't afford her medical care. Her sons turn their hands to this as a means of getting enough cash to pay for her treatment and help get their dad out of debt. Shit. Yeah, and she's bedbound in the house. We need the trans, to be taken in, so we can learn more about what they're doing and who they're doing it for. Any questions? Any issues? Anything that's been missed? Great. Good luck out there. And stay safe. Verdächtige haben wir einmal Andy, Tom, Winnie, Diego Perez, Zivilisten, Peter Tran, Hugh, kann ich nicht aussprechen. Medien haben wir, Website-Werbung, medizinische Aufzeichnungen, okay? Hören wir uns mal den mysteriösen Ruf an. 9-1-1, this call's being recorded. What's your emergency? Oh, yeah. I don't have one, but I think you need to send someone to 128 Windy Coast Drive in Kauaiu. Sir, if you don't have an emergency, I'm gonna have to ask you to hang up. Fine, but make sure you pass this through. Someone is modifying and selling illegal weapons through that address. 128 Windy Coast Drive in Kauaiu. You should send someone to check it out. Can I take your name, please, sir? No, just send someone to that address. That'll teach him. Sir? Oh, fuck. Ich hab mir gerade hier doch nochmal ne Pumpe mitgenommen, weil die Pumpe können wir ja spielen, aber ich hab ja zu 100% ne Gasmaske mit dabei, also sollte das nicht wieder ne Fail-Mission werden. Wir hatten jetzt glaube 3 Fail-Missionen hintereinander, haben die aber trotzdem geschafft. Ja, warum auch nicht? Ich persönlich bin auch der Meinung, sie sollten auch definitiv, wenn man das Spiel einmal durch hat, oder sonstiges, einen Schwierigkeitsgrad hier einfügen. Oder nen Counter zum Beispiel, dass du halt die Mission spielen kannst und dann sagen möchtest, yo, ich hätte gerne statt 8 möglichen Parteidigern hätte ich gerne 10 oder 12, dass man hier nochmal ein bisschen Variation mit in das Spiel reinbringt. Aber das Spiel wurde auch gerade erst so geliest. Mal schauen, was da noch für Content kommt. Vielleicht wird die Story noch erweitert. Wir werden das bestimmt irgendwann alle mal sehen. So, antreten alle bitte ziemlich nah, hätte ich alle gerne. So, dann gucken wir gerade einmal, die ist zu. Perfekt, dann machen wir hier einmal eine hin und hier eine hin. Oder ist offen. Okay, wo bleiben die denn jetzt hier, die Schnarchnasen? Ach, da sind sie. Die sind dahinter, lol. Okay, sehr gut. Da würde ich jetzt nicht hingehen. Gehen hier weiter. Wir werden in der Zeit mal hier außen gucken gehen. Aber es sieht sauber aus. Gut. Gut. Ach, scheiße. Jetzt hat er nicht gejammt. Hätte ich nicht drücken dürfen. Scheiße. So, jetzt pushen wir da rein. Dynamische Bewegung. Gehen hier. Gehen hier. Ja. Ich höre da auf jeden Fall was. Die müssen auf jeden Fall vorgehen, weil die haben ja die langen Waffen. Gehen hier. Ich höre da auf jeden Fall. Ja. Ich höre da auf jeden Fall. L.S.P.D. L.S.P.D. Da sind welche hinter. Wieso nimmt er denn erst den Zivilisten fest und dann ihn hier, äh, und dann den hier nicht? Verstehe ich nicht. Erst den Täter, dann die Zivilisten. Die machen doch nichts mehr. Great work. Keep going. Holy shit, wo hat der denn durchgeballert? Durch die Fenster oder was? Alter, das hat aber ordentlich gescheppert. Lieber Schoddy, ey. Alter. Alter. Split and provide cover on this door. Anlockt ist gut, dann stürmen wir das mal mit den Stingern. Put the door and clear it with Stinger. Stinger! Put the fuck up! Put the hands up! Put your hands up now! Turn around, stay awake. Element, attack. I'll be right back. Ready for pick-up. Talk to Entry Team. Great work, Entry Team. Keep it up. Blue Team, split the stack and provide cover. Get in the air to position. Red. Split and cover. Blue. Through the door and clear. Copy that. Moving! Good. Go, go, go! That's affirmative. Element, get the door and clear it. Copy. I'll get the closet. I'll get them ready. Moving! Dumped and ready. Lean to top. Lean to top. Civilian, good to go. Talk reporting. Copy that. Move in and clear it. Got it. Red Team, open the door, clear it. Get them in position. Get them in position. Go, 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 go! Opening on the right. Going in. Take them in the closet. Hands up. Down on your knees. Don't let your fingers. Moving in and clear. Moving in the place. Okay. Scheint alles sauber hier zu sein, ne? Ach, hier oben war der. Er hat eben auf uns geballert von da oben. Lol. Noch nicht durchs Fenster. Oh Gott. The suspect is secure. Das ist ja gemein. Copy entry team. Notifying trailers. All teams provide support. On your six. Move over here. Ram, gas and clear. Mal, wenn die da reingehen, dann gasen wir hier unten auch mal. Hardet ja nicht. Vielleicht erwischen wir einen, oben oder unten. Okay. Move in and clear. In position. Was ist denn der blaue? Der stand da hinten in der Ecke, der Dulle. Glaube hier oben ist nichts mehr, ne? Zwei sind schon viel viel oben, meine ich. Sieht gut aus. Hier ist die Manufaktur. Mission Subcomplete, lol. Haben wir schon alles? Huh, unten war gar keiner. Auch nicht schlecht. So, suchen und sichern. Abwart. Dann sammeln wir alle Waffen auf, die uns noch fehlen. Was haben wir? Sechs Suspects sind eigentlich viel, ne? Die kleine Hütte. Holy shit. Was haben wir denn als nächste Mission? Irgendwas cooles noch? Schmiergeld. Ach, das ist dieses Post Office, ja, ja, ja. Ja, dann würde ich sagen, gönnen wir uns mal das Briefing. Listen up, there's a situation unfolding. Two detectives from Criminal Investigations Unit arrived this morning at the Los Suenos Postal Service on 7th Avenue in East Los Suenos. Their goal was to have a conversation with a customs inspector named Jack Adams. From what we could tell, they became engaged in the firefight on Side 1, the reception area. Our information at this time is pretty spotty, but it seems like the shooter was a part of the Los Locos, who have been seen in the area previously. It's unsure at this time whether or not the gunfight was connected to what the detectives were investigating, or if it was a random coincidence, but we're certain that there's more than one shooter in the building. This has been corroborated by a phone call to 911 that we received around the same time as the gunfight occurred. Both detectives have left the scene. One is in critical condition heading to Yano Memorial, so it's just going to be us going in there. Priority is to find this shooter and his buddies, and collect Jack Adams, who is likely still within the structure. We've got to hustle, so I'll keep this quick. The postal facility is big. It has three sides for entry. We've got Side 1 with the reception entrance and warehouse entrance to the east. Side 2 with the loading bay access point, and Side 3 with more loading bays. These ones are for bigger trucks, so you may want to be mindful for the height difference there is if any shooters poke their fucking heads out. They might be able to see right over your cover. Your best bet is going to be that main entrance. It leads right into the center of the building, and we can get good domination that way. There's an internal structure within the facility on a second level as well. We don't have any intel on the design of this. It looks like a temporary part of the building. I've also had word from our contact at FISA that they want Adams alive and well. As far as we know, he's not a threat. And I can tell you now that if one of you kills a fat on my watch, they'll be bagging and tagging evidence down in the lockers for the rest of your time with the LSPD. Sergeant Hoffman, 4-1-0-0-0. Alright, last part. Rally is on 7th in Leibourne, right near where the freeway begins. We've got additional units blocking off the overpass. And the sniper team is on route. But they're across the city and it's going to take some time. A tussle! So, Verdächtige. Jack Adams, Unknown Suspects, Zivilisten Eugene, Maria. Medien haben wir auch wieder. Das ist hier, glaube ich, ein Haupteingang oder so. Sieht auf jeden Fall aus wie so ein Laden. Okay. Police Department, hören wir uns das mal an. 911, Miss Call is being recorded. What is your emergency? I'm inside the Los Suenos Postal Service in East Los Suenos. And near the airport? There's someone shooting here. Okay, sir. What happened? I'm an employee here. Packaged quality assurance. I was on the conveyor line when someone started firing a gun near the front of the building. Then this kid came running out of nowhere. He was fucking leaking. I ran over to him and saw he had a gun. So I took off. A kid? Sir, are there children on scene? No, a kid, meaning a young guy. He was wearing all red, speaking in Spanish. I'm pretty sure he's dead. Oh, shit. Why do you think that there are more policemen? Oh, more guys with guns. They came to the warehouse just now. Fuck this. I'm out of here. Wir haben auf jeden Fall hier vieles zu tun. Wir müssen auf jeden Fall einige verhaften und ein Office finden, etc. Aber ich glaube, ich packe die Pumpe mal wieder weg. Ich möchte lieber die Pepper Gun spielen. Diese VLK-Waffe. Ich würde sagen, am Ende des Let's Plays, da schauen wir uns mal die ganze, äh, das ganze Präsidium hier an, wenn wir auch alles freigespielt haben, weil irgendwie pro, äh, abgeschlossenen Einsatz kannst du, äh, meine ich mehrere Räume freischalten oder irgendwie immer ein. Aber das sollte jetzt hier eigentlich passen, ne? Jo, alle haben die gleiche Waffe. Dann können wir direkt loslegen. Dann gehen wir mal rein ins Post Office. Meiner persönlichen Hass-Map. Ich mag die absolut nicht. Ich finde, die spielt sich so unfassbar komisch und schwer vor, indem wir das alles so offen ist, ey. Okay. Der ist schon mal runtergegangen. Ich weiß nicht, ob das ein Zivilist oder ein Verteidiger ist. Ich glaube, wir gehen alleine mal hier außen rum. Machen wir mal hier selbst ein bisschen Action. Sehr schön. Einen haben wir schon mal? Jetzt habe ich die mal hierhin berufen, äh, gerufen, meine ich. Weil da müssen sie jetzt hier alles gecleared haben und zumindest mal einen festgenommen haben. Aber das machen sie ja nicht so gerne, wie wir schon mehrmals festgestellt haben jetzt. Sieht auch gut aus. So, dann sollen die da nochmal bitte gucken und clearen und in der Zeit gucken wir uns hier nochmal ein bisschen um. Okay, kein Zivilist hier in dem Bereich, also nur ein Verteidiger bzw. Terrorist. So, da hatten wir ja eine Threat-Shingle gemacht, das heißt, der Bereich ist hier 100% safe. Da vielleicht in der Ecke nochmal gucken. Man weiß ja nie. Gut, dann gehen wir mal mit der Diamant-Formation. Äh, die Formation hier antreten, das richtet sich immer danach, wie weit ihr die Mates voneinander entfernt haben möchtet. Einzelne Datei ist sehr, sehr nah, ist für sehr, sehr enge Räume gedacht und so weiter es weg geht, umso, ja, ich sag mal hier in dem Bereich ist Diamant am besten, weil ja hier viel offene Felder ist. Ihr seht auch schon, wie die dann vorrücken. Einzelne Datei werden jetzt alle, sie sind direkt schnurstracks hinter mir und die gucken sich dann, also zwei gucken sich um und zwei laufen nach vorne. Das ist eigentlich sehr gut gemacht. Diamant-Formation ist schon echt top. So, ich würde jetzt mal wollen, dass sie einmal außenrum pushen und in der Zeit gucken wir uns hier drinnen mal um. Okay. Zivilist. Denk nämlich mal an. Scheiße, 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 das ist nicht gut, das ist ganz und gar nicht gut. Das ist sehr, sehr vage, was ich hier gerade mache. Aber solange die husten, kann man die Glaube festnehmen. Da machen sie zu 100% nix. Weil in der Zeit sind die Glaube noch beträubt, meine ich. So, da hinten sollte auch alles clean sein, das heißt sie können hier wieder hinkommen. So, das Mac könnten wir eigentlich auch mal wechseln. Alter, wir haben hier einfach drei Gegnerhops genommen. So, das ist schon lecker, ey. Waffen machen wir am Ende. Schicken wir die dann mit so einem Befehl da durch. So, ist gut. Wunderbar. Das sieht auch gut aus, dann können die da mal reinpushen. Jetzt habe ich ja alles alleine gemacht. So, die Tür machen wir mal nach anderer Seite. Hier scheint alles in Ordnung zu sein. Das ist auf jeden Fall schön. Dann werde ich mal hier eine DoorWedge hinmachen. Und dann würde ich sagen, pushen die hier. Mit CS Gas. Ich gucke gerade einmal unten durch die Tür hindurch. Mir lieber. Da ist ein Zivilist. Okay. Abbrechen. Recon Clear. Weil da in der Nähe ist er kein Gegner. Gucken wir mal hier. Vielleicht können wir hier mit einem Launcher arbeiten. Da sieht alles unfassbar gut aus. Nehmen wir einen Launcher. Okay, Abfahrt. So, wieder zurückkommen. Wir wollen erst hier hochgehen. Kommt hier hoch. Ist viel zu offen. So, komm jetzt her, du. Der Williams. Der soll jetzt hier hinkommen. Komm da weg jetzt. Oh Mann, ey. Was für ein Trottel, ey. Er ist hier nach oben. Er ist erstmal alles oben besäubern. So, jetzt einmal hier Stack-Up. Ein Gott, Alter. Die müssen schon auf mich hören, wenn ich was sage. CS Gas. Was für ein Trottel, ey. ...reaching! Let's go! Opening, on the left. Good here. Police, don't move! Get your hands up! He? Was hat er denn da für ein Ding an? Fieser. Sieht ja komisch aus mit seinen blonden Haaren. Wenn nicht müssen die Modder noch mal ran, einen vernünftigen Restrain Mod zu machen. So, können wir hier einmal alles absuchen. Roger. Entschuldigung. Great work. Keep going. Hm, haben wir hier noch einen Raum, da hinten warm war. Hier ist noch einer. Was ist das so? Hä? Oder ist das nur eine Attrappe? Ah, da geht's runter, okay. Okidoki. Hier gibt's nix, ne? Zum Aufsammeln? Cooles Büro, ne? Haben wir das Beste rausgeholt. Hehehehe. So, jetzt geh mal weiter hier. Ja, du bist auch in meinem Spot, du... ...Finner, du. So, dann würde ich die am besten, würde ich sagen, alle hier runterschicken. Geht in und klar. Dann können wir hier vorne so ne, äh, Wedge machen. Kann uns keiner in den Rücken fallen. Oder nochmal von oben kommen. Weiß nicht, wir haben da mal ne, äh, CS-Gas runter. Oh, ist sogar besser gelandet als gedacht. Oh! Hands up! Put your fucking hands up! Put your hands up! Fuck! LSTD, don't move! I'll get it. Good to go. Ah, shit. Into the room and clear. LSTD, don't move! Stay where you are! Hold it in on the left. Hold it in on the right. Duff. Hang copy. Flip him up. Cooperate and this will be over soon. I stick out. Arrest him. Going into coffee. Copy entry team. Notifying trailers. Hands up, asshole! Now! Cuff him. I'll get him ready. Ich habe hier irgendwas aufgesammelt? Keine Ahnung. Die Karl, mach doch hin. Keine Ahnung was ich hier aufgesammelt habe. Musste ich auf jeden Fall, vielleicht irgendeine Post oder so. Oh! Direkt festnehmen, zack, zack, zack. Da brauchen wir noch eine Grasgranate dahin, bisschen Gras droppen. Geh mal hier links rum. Ich glaube die AK ist hier von unserem, den wir gerade festnehmen. Ich glaube das hier sieht eher aus wie ein Zivilist. Und natürlich auch irren. Gehen wir mal hier mit einer doppelten Datei durch. So. Oh Gott ist leer. Das ging aber auch fast ins Auge, Alter. Haben wir schon alle? Ne. Machen wir mal Diamant oder? Ja. Wenn wir hier raus gehen. Wo schießt der? Ja. 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 Ich glaube, ich hatte eben gar nicht das Mech gewechselt, ne? So, bringen sie on und ins Chaos sind immer noch welche übrig. Oder? Ja, immer noch welche am Leben. Lass mal das Mech vorsichtshalber wechseln. Äh, Diamant machen wir wieder. Hier vielleicht noch einer. Ich glaube, wir sind eigentlich komplett durchgelaufen, oder? Der Ecke hier waren wir noch gar nicht. Dürfte vielleicht nur noch ein einziger sein, oder vielleicht auch zwei, aber ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass es ganze drei sind. Da hinten hat irgendeiner geschrien. Haben wir wieder vergessen, einen festzunehmen? Lauf da mal durch. Macht ihr das, Mann? Hier ist einer. Jetzt haben wir alle. Dann machen wir mal Raum durchsuchen. Irgendwo müssen noch Zivilisten rumlungern. Ach, hier, den allerersten haben wir vergessen. Ah, cool. Jetzt sollen sie einmal suchen und sichern, falls wir noch Waffen hier übrig haben. Ach, hier sind doch welche. Great work, Entry Team. Keep it up. Start a search. No problem. Safe. Okay, hat einer aufgesammelt. Mhm. Okay, hat einer aufgesammelt. Okay, hat einer aufgesammelt. Copy that. Put him on safe and let him hang. Great job. Ja, perfekt. Alter, alle Objectives. Jo, 16 Gegner waren das. Das ist ja ordentlich, Alter. 21, 21, no officer stat. Sehr schön. So, die nächste Mission ist Tal der Puppen. Da hören wir uns direkt mal zu Beginn das Briefing an. Eyes and ears, guys. Here's what's going on. This is a large roundup of a potential heavy hitter and the men working for him. This isn't going to be some fucking stroll in the park, boys. We've got an arrest warrant for Amos Bowl and a search warrant as well for evidence of the production of pornographic material involving minors. The adult film guy? The very same. Our cybercrime team has traced numerous wires from an offshore account that were being sent right to Brixley Talent Time every Sunday for the last six years. The shell company that holds this account was established in Bucharest, Romania, which happens to be where Amos' wife is from. She slipped up, and we tied a transaction from the shell company to Amos' personal account. That's about as much as we needed to get the all clear. Boss, what's the risk level here? Well, these are definitely going to be the same guys that we saw when we went for Brixley. Lots of ex-military, probably ex-cop. They're well-armed, and if the talks the dicks had with them are anything to go by, these guys are also well-paid. Threat level's going to be high. That's the entry. Single point of entry on the road that leads to his home, 1962 Irwin Drive. We're up in the hills of Los Clemente. That means a lot of rich people, a bunch of movie stars and directors. Keep an eye on what's past your target if you have to get in a gunfight, because those guys would love a chance to sue the department if they caught some property damage. I should mention, it gets even more complicated. We've got surveillance on the target location now. They're reporting it looks like there might be a birthday party starting for Vol's teenage daughter. I know, I know. Ordinarily, we'd never choose to serve this warrant right now with that going on, but time is of the essence. Somehow the bank's also tipped off police in Romania, who, despite our requests to wait, are set to seize his assets there as soon as the business day starts there. Once that happens, Vol is going to be tipped off, and any evidence that the house will be turned into a big pile of ashes. Are we going to run into the same problem as the last time where the DA was parked right out the front of the house? No. This place has some tight security. They'll know we're in there the minute you guys step onto Irwin Drive. Won't be any vehicles blocking the way fucking up our shit. All right. Let's roll. We're going to be running on our regular channels. Main is TAC 1, Backup is TAC 4 Northern. Let's go. Pächtige, Amos Wall, Bolton Security, also es ist wie der Ex-Militär etc. Das ist hier wieder richtig heftig. Diana Wall ist Zivilistin und Janie Wall. Medien, X-Rated Takeover. Hier finde ich eine Instagram-Story. Okay, dann können wir direkt reingehen, würde ich sagen. Okay, rein in die Villa. Tal der Puppen. So, die können sich da erstmal aufbauen. Und wir schauen mal, was hier so abgeht. Party this way. Okay, gehen wir mal zur Party alleine. Türen unlockt. Ich glaube, ich möchte hier erstmal die Türen wieder versperren, wie wir das immer machen. Da sind wir bis jetzt ja im ganzen Let's Play sehr gut mitgefahren. Das muss man ja wirklich sagen. Okay, da drinnen ist irgendwas. Das ist ein Zivilist, ich glaube. Gut, den haben wir schon mal. Ein Zivilisten gesichert. War das irgendein wichtiger? Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt oben mit dem Gas rein, oder? Damit die schon mal direkt wissen, was hier abgeht. Was Phase ist. Normalerweise kannst du dich auch viel schneller hier bewegen in dem Spiel. Nur ich habe eine Vollverkleidung an, also was Panzerung angeht. Ich habe eine Stahl, du kannst Keramik, dann kannst du leicht spielen ohne Panzerung. Da bist du natürlich viel, viel schneller mit. Aber ich bin schon ein Freund davon, auf Nummer sicher zu gehen. Vor allem bei so einem Run hier. Wenn du mit tödlichen Waffen spielst, dann ist das eigentlich Latte. So, wir werden CS Gas nehmen. So, die blauen schicken wir mal da rein. Und die roten schicken wir mal da rein. Dann machen wir da mal eine Doorwretch hin. Ist mir lieber. Was ist das denn hier? Was ist das denn hier jetzt, Alter? Alter, voll festgebackt. Geh da bloß weg, Alter. Warte, ich schicke mal die Leute da hin. Dass die da bloß weggehen von der Lampe. Voll festgebackt hier. Ah, wieder ein paar Filme. Dann scheint hier so eine, äh... Ja, wisst ihr schon, was für eine Villa das ist? Will das nicht sagen, wegen, äh... Nicht, dass sie mich, äh... Shadowbunnel das Video demonet... Demonati... Hä? Demonetarisieren. Hier ist auch noch ein Raum. Toll. Voll vergessen. Können da jetzt, äh... Gerne alle reingehen. Werden kurz nochmal hier bei den roten reingucken. Nicht, dass da wieder irgendein Zivilist sitzt, den die vergessen haben festzunehmen. Gut, im Postoffice war es meine Schuld. Ich gebe zu. Okay, haben sie festgenommen. Okay, alles easy. Echt? Ist da gar nichts? Kein Nebenraum oder sonstiges? Doch, da. Geh mal die blauen da rein. Oder die roten. Ist ja die Latte. Ach, die schlafen schon wieder, ey. Okay, dann kommt mal mit. Wenn ihr nicht wollt, dann ist das so. Erst mal überlegen, wie wir vorgehen. Vielleicht gehen wir unten erst rein. Mal ausprobieren, warum auch nicht. Dann würde ich sagen, ganz unten rein, ne? Oder hier in diese mittlere Etage. Mal schauen, was das, äh... Videoskop sagt. Okay. Links und rechts. Mal ganz unten gucken. Mal schauen. Mal schaut doch. Das ist nicht so, was ich? Geh in und schluss es. 10-4. Was ist das? Die Waffe? Drop a gun! Let's go! Wer ist das? Wer ist das? Polizei! Geh runter! LNPD! Geh rein! Geh rein! Geh rein! Geh rein! Gut, die gehen rechts rum, dann gehe ich mal hier durch. Los runter gehen! Du gehst runter! Ja, siehste? Einfach geht das. Gut, dass wir hier rum gegangen sind, sonst wäre der uns voll in den Rücken reingefallen. Oh, Alter! Dann haben wir mehr! Dann haben wir nie mehr. Die haben da wieder einen abgeknallt. Klappe es jetzt echt gut, muss ich sagen, ne? Auch wenn ziemlich viele Gegner sind, holy shit. So, jetzt haben wir unten ein bisschen geklirrt, jetzt gehen wir wieder nach oben, würde ich sagen. So, die lasse ich mal da durchpushen, dass die hier schön aus dem Sichtfeld rauskommen. Und dass wir hier vernünftig unser Kram machen können. Und ich will die Tür wieder zumachen und hier eine Door Bridge hin machen. Das wird schön immer gut vorgehen. Gut gesichert müssen wir hier vorgehen. Und oben gehen wir jetzt durch die letzte Tür, habe ich mir jetzt überlegt. Oder wir machen erst die Mitte. Lass erst die Mitte machen. Mirror blockt sogar. Ach du ahnst es nicht. Ja, durch alle Türen kann man da nicht durchschauen. Nur die anderen Waffen habe ich unten mal liegen gelassen, weil das alles so offen ist. Äh, da wollte ich schnell weg. Da wollte ich nur ein paar Leute festnehmen. Ach, die Waffen können wir ja später noch einsammeln. Okay, hier ist auch alles sauber. Und dann würde ich sagen, können die nach draußen pushen. Meiß ich mal eine Gasgranate vorsichtshalber hin. Oh, okay. Okay. Let's go! Opening on the right. Good here. Company. Put the weapon down! Not a fucking chance. I give up. Nothing here, sir. Secure him. I got cuffed. Lame yourself, not me. Wouldn't you do the same for your family? Fuck. Cool. Läuft perfekt. Klappt besser als gedacht. Doch eine schwierige Mission, muss ich sagen. Ja, die gibt's schon immer in dem Spiel. Die ist nicht neu oder so. Deswegen, wenn man hier eine ganz gute Taktik hat, dann fährt man damit schon ganz gut. Das Problem ist, bei diesen Betäubungswaffen, die wir spielen, die können nicht durch Glas durchschießen. Deswegen habe ich manchmal schon in dem Spiel mit einer normalen Pistole die Gläser zerschossen und habe dann dadurch geballert. Und da rechts zum Beispiel alles Glas ist, sollten wir das schleunigst vermeiden, nicht dadurch abgeschossen zu werden. Wenn wir direkt komplett unten lang gehen, dann haben wir echt schlechte Karten. Weil die dann durch die ganzen Gläser ballern. Durch die ganzen Fenster. Oh, die sollen da alle einmal rein. Kleines Video. Holepatch-Wole. Das ist schon lustig, ey. So, hier einmal bitte zumachen. Auf Nummer sicher gehen. Wir haben schon so viele kaputt gemacht hier. Ich hoffe, da sind nicht mehr viele von übrig, wenn ich ehrlich bin. Ah, die kommen schon wieder nicht. So, jetzt aber. Lass uns mal gucken, wie es dahinter aussieht. Sieht clean aus, dann einmal pushen. Ich gehe direkt links in den Raum rein. Mach ich ja alleine. Oh, ich habe ihn blockiert. Okay, alles gut. Was? Und nicht um hier zu tun. No context. Drop the gun. Don't make this any harder. Cover the area. Fahrt. What you got? I am. Shit! Alter, hat der mich Hardcore erwischt? Habe ich wieder was gehört? Oh, auspushen. Roger, Trailer ist inbound. Das genommen, jo. So, Team Rot, da rein. Äh, Blau. Team Rot, da rein. Polizei, komm her! Ich habe nicht alles, was ich habe. Blau, schau nach. Eigenlob stinkt, aber ich meine da natürlich auch meine KI-Mates mit. Die funktionieren gerade sehr gut auf der Karte. Auf mich, schau. Ich bin mit der Elemente. Roger, Entryteam, großartig Arbeit. Ich habe es. Geh nochmal hier gucken, weil ich glaube wir brauchen hier noch so einen USB-Stick oder sowas. Hier. Ja. So ein Laptop oder ein Harddrive oder sowas weiß ich. Digger, er buckt schon wieder da hinten rum. Egal, gleich stehen sie wieder auf, wenn ihr weiter so eine Faxe macht. Leck mich doch, dann geht da durch. Ihr Affen. Gibt es. Gibt es. Gibt es. Gibt es. Lass und, ich bin mitaufbau. Sehen Sie, hier. Gibt es. Gibt es. Die Luftgeist. Es ist noch ein Zivilist. Ich glaube, hinter uns auch der. Heul nicht rum, Mann. Wir sind doch hier, um dir zu helfen, Mädchen. Cool. Wir sind echt brillant durchgekommen durch das Level. Wow. So viele Zivilisten sollten aber nicht mehr da sein, ne? So. Das Team Blau geht mal hier unten hin. Das rote Team kommt mal mit. Wir sind. gut, gut. Wir sind in. Wir sind in. Wir sind in. Wir sind hier. Wir sind in. Wir sind in. Wir sind in. Wir sind in der dritte Seite. Tuck! Tuck! Bist du ein? Trailer inbound. Leads to talk. Suspect secure. Tuck reporting. Copy. Over on him! By the door. Element, try to support on me. Right with you. Mesa! I'm not throwing everything I have away. I want you to get down from me. I'm not going down. Yes sir. Keep your hands up. Hands up above your hands. I was just doing it. So. Haben wir auch perfekt. Don't take me in, man. I got kids to take care of. Talk to entry team. Copy. Okay, das ist sehr gut. Dann können die meiner Meinung nach schon auf die Suche gehen. Irgendwo haben wir noch einen Zivilisten hier sitzen. Eigentlich haben wir alles abgegrast. Es kann nur irgendwo hier sein. Hands up! Auf die Knie! Auf die Knie! Mach mal hier die Pistole, weil ich hier drüber eine Taschenlampe laufen habe. Dass sie noch mal daraus pushen. Ich glaube ihr wisst schon, was das alles für Bilder sind und was für Gruppen das hier sind. Das ist schon fucking crazy und creepy ey. Alter Schwede ey. Gruselig. Blech. Aber irgendwo sind noch Zivilisten. Auf die Knie. Hier war ja auch keiner drin, oder? Nö. Alles sauber. Hier auch. Alles clean, Alter. Weiß das Real Talk nicht, wo das Problem ist. Ah, perfekt. Jetzt hat er alles. Ah, perfekt. Jetzt hat er alles. Nice. Was haben wir als nächstes? Elefant. Cool. Direkt rein, aber vorher müssen wir uns noch das Briefing anschauen. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Wir haben Aktivisten in der Watt Community College Campus. Von dem wir jetzt wissen, sie sind in der Science Wing. Aber wir wissen alle, dass das möglich ist. Wir haben viele Informationen kommen. Und wir wissen, dass es die Vierer sind. Und wir wissen, dass es die Vierer sind. Wir haben keine Zeit, um das zu spüren. Wie viele Fierer sind? Wir wissen nicht genau. Die Vierer sind unterschiedlich. Aber wir wissen, dass es zumindest zwei gibt, aber wahrscheinlich mehr gibt. Die Vierer sind in der Szene. Wir wissen nicht woher, aber wir haben ihre Details. Und einer ist der L.S.P.D. Wir haben sie Kontakt mit ihnen? Nein. Wir haben die Info, basiert auf welchen die 911-Kollern gefordert haben. Und wir haben nicht mehr Zeit. Wir müssen das Wink-Klose-Ground auf die Wink-Klose-Ground auf dem ASAP. Ich will euch alle bereit sein. Wir versuchen, ob wir eine mögliche Beziehung finden, aufgrund von den Telefonen, die wir bekommen, und die Räume die Telefonen gefordert haben. Aber wir gehen schnell. Wenn wir es nicht haben, wenn wir aufstehen, wir gehen ohne es. Was sind unsere Entspunkte? Der Science Wing hat drei Hauptentranken. Ich will alle drei auf einmal. Wir geben ihnen keine Chance, wenn wir rauskommen. Wir haben auch Uniformen. Wir gehen auf die Kampus und machen alles das Foto. Es sollte sicher sein. Aber wir gehen in mit lethal force boys. Diese Scheiße schießen Kinder. Mein Kind ging in dieses College. Wir gehen auf die Kampus. Verdächtige keine. Zivilisten Jacob Blair Antonio Ibanez. Das scheint anscheinend ein Polizist zu sein oder sowas. Sieht auf jeden Fall so aus. In den Medien haben wir ein paar Bilder, wie die da rein stürmen. In den Shootern. Und dann haben wir hier noch ein paar Anrufe. Nein, 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 nein. Das Telefon ist being recorded. Was ist deine Anrufe? Was ist deine Anrufe? Was ist deine Anrufe? Ich brauche Hilfe. Kannst du mir erzählen, was ist falsch? Ich... Ich schaue. Es gibt so viel Blut. Okay, ich brauche dich zu bleiben. Do you know wo du bist? Nein, sie sind nicht. Nein, ich meine, wo du bist? Hiding. In a cupboard. Sie kamen und haben angefangen. Okay, okay, das ist gut. Wo ist die cupboard? In a classroom. Du bist gut. So, du bist in der Schule. Welche Schule? Welche Schule? Please... Come help me. I don't wanna die. I need you to stay calm. The police are on their way, okay? They are on their way. Stay where you are. I don't want to. Please don't let me die. Stay calm. Remain where you are. Is the shooter nearby? I don't know. Don't make me look. Ma'am. 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 I'm not asking you to do anything of the sort. Stay where you are. Oh, God. Ma'am. They're coming back. Stay calm. I'm right here with you. Hey, Mary, full of grace. The Lord is with thee. No! 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 Please! No! No! 911, this call's being recorded. What is your emergency? I've been shot. Okay, can you tell me your location? I'm at the Watt Community College. Three guys just came into the science block and opened fire. Where are they now? I-I-I don't know. There are bodies everywhere. Please send help. The LSPD are on the way, sir. I need you to stay calm. Can you tell me how badly you're hurt? They- Es hat mich in den back. Ich versuche zu gehen. Es ist blood, und ich kann nicht... Oh, Christ, ich kann nicht move meine Legs. Es ist all going to be okay. Stay calm, nicht worry. Hilfe ist gekommen. Do you promise? Die LSPD sind in route, Sir. Wir haben paramedics kommen, too. Just bleiben calm, und wenn du in einer Weise kannst, find some cover. I never told my mom I loved her. I always tell her before I leave the house, but today, I didn't. Oh, God. Oh, God, it hurts so bad. Try to remain calm. What's your name? George. Okay, George, just stay calm. Don't make any noise or draw attention to yourself. Where are they? Who, the shooters? Are they coming back? The police, where are they? The LSPD are on their way. I promise, but listen to me, George. You need to stay quiet. Oh, God, I'm sorry, Mom. I'm sorry. I love you. George? George, can you hear me? George? Buddy, settle down and listen. 911, this call is being recorded. What's your emergency? I... I need the police. You need to send the police right away. Okay, ma'am. Uh, can I take your location? Yes. Yes, I'm at the Watt Community College campus. There's someone shooting. I don't know what's going on, but they told me to call. Who told you to call? The officers who were here. The security, I mean. They heard the shots, told me to call, and ran to help. Can I take your name? I'm Sarah. Sarah Chambers. All right, Sarah. Uh, tell me what happened. There's someone shooting at the school. We've already got officers en route. Can you see the shooters? No. No, it's not here. It's over in one of the buildings. I'm just working at the coffee kiosk. I don't know what's going on. That's fine. It's good that you're safe. Do you know anything about how many shooters there are? No, I'm sorry. I don't know anything. The security guys were here ordering a coffee like they do every morning, and when we all heard something, it sounded like firecrackers, but far away. The security guys dropped their drinks, told me to call 911, and ran off. That's great, Sarah. You've done really well. As I said, the LSPD is en route. We don't know how many shooters there are, so... Gonna have to ask you to immediately find shelter. I can hide here. There's no one around, but please, hurry. So, ab geht's. Aktives School Shooting. Die Leute laufen hier rum und jagen die Zivilisten. Da müssen wir auf jeden Fall richtig schnell unterwegs sein. Aber richtig schnell. Ja, die jagen die Zivilisten. Da müssen wir uns richtig beeilen. Zusätzlich haben wir sogar noch zwei Bomben. Also sozusagen das Rundum-Sorglos-Paket. Hier ist wirklich alles gefragt. Egal, er soll doch die Tür hier aufklicken. Oh, yes. Oh. Okay. Oh. Oh. Okay. Oh. Zivillian restraint Cops Get down on the ground Get on the fucking police Drop the weapon Dicken it down Going in Turn around slowly I got it Got it bad Get it Element to talk We got a suspect here ready for trailers Talk to entry team Element to town Get down on the ground Notifying trailers Sehr gut, hier ist clean Got your six Blue Biss ne Bombe So lächerlich Red team Take it down and clear Affirmative Blue team Behind you Ram and clear Got it Knocking it down I'm going Knocking it down Ubi Good here Red Element Provide support I'll get them ready with you I got it, they're good High ground To top All day Evidence secured Civilian Talk to entry team Roger Entry team Great work Keep going Blue Let's move Confirm Red team On my six On your six Post up I'm on it Breaching Breaching Moving I'm calling in I'm calling in Police Get down I'll get them ready Moving into handcuffs I've got you I'll let you know for Civilian is cuffed and good to go Civilian is cuffed and good to go Hands up asshole Drop it and get down I've got you Down So Wie viele waren das jetzt? Ich hab nicht mitgezählt Ich weiß wohl nicht wie viele man hier festnehmen muss Ah, das sind immer noch die Schäuze. So, war das jetzt der letzte oder noch mehr? Meine, hier sind nicht so viele drin. Okay, wir haben alle. Oh, Gott sei Dank. So, jetzt brauchen wir nur noch die Bomben entschärfen. Ach ja, die Bomben müssen wir auch noch entschärfen, Lull. Hm, da geht's nach draußen. Hier haben wir noch einen Raum. Ah, hier ist direkt auch eine Bombe, Lull. In Ready or not sind das immer zwei Bomben. Ah, hier. Perfekt. Das Problem ist, die Täter, die dürfen die Zivilisten nicht mal anschießen oder schlagen. Dann bist du direkt nicht mal in S-Rang drin. Hier musst du dich richtig heftig beeilen. Die Bomben haben natürlich auch einen Timer, aber bis dahin sind die Zivilisten eh tot. Also du musst hier wirklich richtig schnell vorgehen. So. Wir haben, glaube ich, alles außer die Zivilisten, ne? Ja. Machen wir folgendes, dann schicken wir die jetzt immer von Raum zu Raum, den die durchsuchen sollen. Wir haben doch alle Türen geöffnet hier. Ach, hier. Oh, ich hoffe, das ist der letzte, sonst bin ich echt ratlos. Ja, das war der letzte. Jawohl. Jetzt gib mir ein schönes S. Mal schauen, was wir danach noch machen müssen. Was die nächste Mission ist. Wir haben noch ein paar richtig geniale Missionen vor uns. Ich bin mal gespannt, was jetzt kommt. So, nächste Mission. Und Russ Belt schimpft sich das Ganze. Ja, haben wir auch wieder ein kleines Briefing. Hören wir uns das Ganze mal an. Listen up, everybody. Wir haben eine Beziehung von einem aktive Coyote Stash House in Muerto Mesa. Wir haben eine Beziehung von ein paar Beziehungen für ein paar Mal. Eine Nachricht hat gerade festgestellt, dass die Los Locos benutzen diese bestimmte Netzwerke und planen eine mass-evacuation heute Abend. Wir sprechen von Menschen, Produkten und Geld. Wir haben die Beziehung von Video-Feeds von der Border Patrol-Drone und die Beziehung auf die Beziehung. Die Beziehung ist auf die Beziehung und bereit für mein Signal. Wir haben keine Zeit, hier zu verlieren. Die Beziehung ist, wir haben die Beziehung von der Beziehung auf die Beziehung. Das ist ein langes Weg, das führt zu einem Ranch die Locals callen Rancho Del Sueños. Ironic, right? Wer sagt, diese Losers nicht mehr so haben? Die Beziehung beginnt in den Backyard, aber wir müssen durch die Haus zu gehen. Ich warte, dass sie eine Beziehung haben, aber wir müssen mit der Beziehung auf die Beziehung als wir mit der Beziehung haben. Die Bedeutung ist, dass wir als wir die Tunnel haben, wir blinden als Batschen haben. Wir haben keine Ahnung, wie tief sie gehen, wie viele Blanches sind, oder wo sie gehen. Ich weiß, dass wir mit der Beziehung mit den Beziehung haben, und sie gibt uns keine Probleme, aber wir sind mit den Loser Locos, auch. Wir müssen uns bereitstellen, um alles zu sein. Wir müssen uns als viele Beziehung zurückbringen, wie wir können. Ich will eine kleine Team für die Beziehung auf die Beziehung, und dann auf die Beziehung auf die Beziehung, in der Beziehung. Mit allem, was wir wissen, dass die Beziehung durch diese Tunnel sind, wir wissen, dass die Loser Locos nicht wundern, um zu schießen. Sie sind viele Dinge, also es wird da sein, um dort zu gehen. Wir müssen uns als viel und als viele Leute zurückbringen, wie wir können. Die Coyotes rarely geben uns Probleme, und die Immigranten sind meistens nur in den falschen Ort für eine bessere Leben. Wir müssen uns nicht wissen, wie viele Leute da sind, aber Intel sagt, es ist einer der Hauptsache Tunnel. Ich glaube, ich habe nicht zu sagen, dass Lethal Force nur in self-defense ist, oder zu preventen Situationen von escalieren. Wir müssen uns auf diese Weise kommunizieren, weil wir alle werden blind sein. Verlichtige, siebelisten, Medien haben wir, das ist einmal eine Luftaufnahme. Sieht aus wie von einer AC-130, oder so. Ein Überwachungsfoto, okay. Da haben wir noch einen Informantenanruf. Ja, ich kann dich hören. Was hast du für mich? Ich habe etwas großartiges, aber ich werde eine Immunität oder was, weil ich, wie, meine Leben zu sagen, das sage ich. Es ist das gleiche, wie immer. Aber ich weiß, ich bin fair. Es ist gut, wir sprechen, wenn wir fertig sind. Okay, das ist gut. Ich habe ein Teil, äh, zu sehen, dieses Ort. Ein Ranch? Ja, man, ein Ranch. Aber hör mir aus. Es ist ein Front. Das reale ist, was geht in der Mitte und was passiert in der Backyard. Sie sind alles durch diese Ort, man. People, drugs, cash. You name it, es passen durch. A Coyote Den? Das ist nicht nur ein Coyote Den. Ich würde mich nicht für einen für einen. Das ist THE Coyote Den. Es ist die Hauptsitzung für die Los Locos in der Stadt und zurück in Mexiko. Ich höre. Gut, weil das nicht es. Sie sind những, was gehen heute Abend. Großartige Dinge, man. Ich habe sie vorbereiteten für Tage, jetzt. Die Straßen sind es um, was zu bauern. Ich weiß, was, ich wirklich nicht. Aber wenn du ein Tunnel in die Tunnel und dich an die Gäste auf einen großen Los Locos in den Namen, ich habe mich eine Team und gehe nach die Dessert. Du hast eine Adresse? Ja, es ist da in den Lowlands auf der Costa Vena. Eine Ranchie called Rancho Del Suenos. Cute Name. Was? Ja, nichts. Just, Carry On. Genau, genau. So, es ist dieses Ranch über die Bordern? Derell-Eck-Sort-A-Place? At least es war das letzte Mal, als ich da war. Aber das ist nur ein Front. Sie processen alles in der Haus, aber die Tunnel, sie starten in der Backen. Es gibt dieses River underground, und sie haben ein ganzes Funktional-Dock-Setup, das sie benutzen, um alles schnell zu移ern. Aber du musst dich vorsichtig sein. Es ist ein fucking Labyrinth da unten. Das ist gut. Keep talking. Was sollst du gut? Das ist ein Goldmine für dich. Was mehr willst du von mir, Mann? Ich brauche reale Details. Was eigentlich wird uns helfen. Details? Ich gebe sie dir, wenn du willst, eine Pläne! Was werden wir da finden? Wo müssen wir schauen? Hast du eine Route durch die Tunnel? Hast du keine Trappen? Ich weiß gar nicht mehr davon. Ich war da da ein Jahrzehnt und wurde in und ausgetauscht. All ich weiß, ist, dass es viele Branche-Tunnel-Tunnel, aber nur eine Art Weg durch. Sie werden nicht mehr Trappen aufgrund der Trafik durch. Sie haben Weaponen da unten, also, als sie wissen, dass du kommst, werden Dinge verändern. Das ist gut. Wir schauen uns. Es ist mehr als gut. Ich gebe dir meine Worte. Es ist das richtige Problem. Also, ähm, wie geht es um meine Immunität? Wir sehen uns. Wenn es das ausfällt, wie du gesagt hast, dann denke ich, dass das ein Problem sein wird. Nein, du musst gehen. Das ist ein langer Telefon. Du schickst das Telefon, und ich bekomme eine neue Frage. Ich werde dich in Kontakt. So, ich habe mir jetzt noch mal Gedanken gemacht. Und ich glaube, ich nehme ein Nachtsichtgerät mit. Da habe ich Bock drauf. Auch wenn wir da mal wieder den Nachteil haben, dass wir aufpassen müssen wegen unserer Waffe. Wir werden das schon irgendwie hinbekommen. So, da sind wir auch schon da. Geht ihr mal da durch? Ich gehe hinten rum. Ich gehe hinten rum. Der ist meine abbekommen. So gefällt mir das. Den können wir auch direkt festnehmen. Was wir haben, das haben wir. Ah, mit N macht man das an. Okay. Sehr gut. Haben sie den jetzt eingepackt? Oder wieder liegen lassen. Ich bin da immer skeptisch. Gut. Könnte damit kommen. Auf mich. Ich habe dich. Ich bin sicher. Ich bin in der Handcache. Ach hier, das ist die Grenze, die sie gebaut haben in Amerika. Gute Locations hier. Gute Lachen. Gute Lachen. Gute Lachen. Ich habe es. Gute Lachen. 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 Elemental zu sprechen. Sicherheit. Wir haben einen Suspekt hier bereit für Trailer. Gute Lachen. Gute Lachen undeedl Frisch. Gute Lachen. Gute Lachen. Gute. So, dann geht er mal rein, Leute. Wir kriegen doch schon irgendwie hin mit dem Nachtsichtgerät und dem Scheiß Waffen, ey. So, ich glaube, wir schicken die mal rechts durch, oder? Ach, nee. Wunderbar. Äh, Bewegung da. Dann gehen wir rechts rum. So, dann die links gehen. So, dann gehen wir rechts rum. Sehr schön. Weiter geht's. Let's clear over here, boss. Blue. Move, move, move! Nothing. Ready to knock. Empty over here. No contact. Let's go! Opening on the left. Red. Stay on me. I got you. Jo, kommt mal wieder her, ihr Blauen. Ha! Die kommen da durch. Ja moin. Move in, clear the room. 10-4. Move, move, move! We got a whole way to the left. Good here. Ach, da kommt man auch durch. Aha. Ihr könnt ruhig weiter gehen. Enter and clear. Bin hinter euch. Let's go! Opening on the right. Nothing. Looks clear over here, boss. I'll go. Mmm... Where are you doing? Teeer support on me? Mhmm. Mhmm. Mhmmmm... Mhmmmm, Mhmm. Mhmmmm, Mhmm. Mhmmmm. Mhmm. So schnell festmachen. Habt ihr jetzt nicht gedacht, dass wir zwei auf einmal stehen? Schnell, ich brauch Hilfe, kommt, 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 kommt. Lief jetzt ja nicht so gut. Lief jetzt. Um die Kalle zu spüren. Weg in! Alter, was geht hier ab, Alter? Ist ja Wahnsinn. Hauptsache ich hab mein Nachtsichtgerät, ne? Wie blöd, man kann ja gar nicht auf mein iPad gucken, ey. Muss ich hier einmal das Nachtsichtgerät ausmachen. Bringen Sie Ordnungschaos, okay. Machen wir mal hier ne Türsperre hin. Das hat ja überhaupt nicht gut geklappt eben, ey, Alter. Super unprofessionell. Können Sie den bitte festnehmen? Alter, geil. Die machen ja auch mal was. Wette, die Ready or Not Pros, die kriegen hier die... Hier explodiert der Kopf, wenn sie hier sowas sehen. Geh, Geh, Geh. Geh, Geh, Geh. In position. Alter, geil. Die machen jetzt ja mal endlich was. Red Team Stürm eintreten mit CS-Gas. Sehr schön. Was fehlt uns denn noch? Sind wohl noch einige am Leben. Geh, 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 Geh. Ah, CS-Gas. Kann er leider nicht durch. Das müssen die machen. Ah, sie restrainen. Ich kann es kaum glauben, Alter. Wie geil ist das denn? Die machen ja mal mit. Das sieht schon cool aus hier, die Höhle, ne? Cool gemacht auf jeden Fall. Ah, guck mal, die sammeln sogar noch Waffen auf. Perfekt. So, dann können wir mal die Scheiße hier absetzen. Hm? Hat aber, glaube ich, was gebracht, dass ich das Nachtsichtgerät mitnehme, weil sonst hätte ich die da eben nicht da unschießen können. Wie viel waren das? Zwei, drei Stück oder so? War schon ordentlich, ey. Soft Objectives haben wir auch alle. Wunderbar. Da, 22 Waffen. Ey, Alter. So. Weiter geht's mit der nächsten Mission. Das ist die Mission Die Sünden des Vaters. Äh, wo wollen wir denn spormen? Ich würde mal sagen, nehmen wir mal einen Aufzug. Nehmen wir mal das Mittlere. Ich habe keine Ahnung, was damit genau gemeint ist. Wir schauen einfach mal. Äh, hier haben wir auch wieder ein Briefing. Können wir uns mal anhören. Let's go. All right, listen up. At approximately 3.30 Uhr we receive reports of a potential situation at the Clementi Hotel. Reports are that the Fremont family is currently sheltering there. Yes, it's the same Fremonts as the politician involved in the shooting yesterday. How reliable is the source? Dispatch has the head of hotel security on the line. He was alerted to the situation by one of the Fremont kids. Michael Fremont, age 20, first drew their attention to the situation. He'd been outside returning to the hotel when he reported seeing an unknown number of armed suspects trying to enter the premises via the external fire escape. I don't need to point out to any of you how much the department doesn't need a prominent politician's family being murdered right now. We've got security to put a lockdown in place and we have visuals in the hallways but nothing in the penthouse suite itself. We're getting the blueprint sent through but if they don't get here in time we'll just have to go in blind. Time is of the essence here. We know there are six family members up there along with several members of their private security detail. We need to get the family out without any casualties. We're going in with lethal force. We can't afford any fuck-ups on this one. Am I clear? How are we entering the building, sir? Right. We're going in two ways. I want half of you to follow the suspect's entry route up the fire escape. Get up, get in, get out. The rest of you I want you inside on the stairs. Clear out any civilians to the lobby. I want you at the penthouse ASAP to get the family members out. 90,32. Captain Bull. All right. Brace yourselves. We're two minutes out and have reports of shots being fired. Remember, this is the 14th floor. I want you all up there fast. Dann haben wir hier noch verdächtige Rook Secret Service Agents. Ui. Das sind auch wieder Agenten. Alter. Zivilisten haben wir. Die Fremont-Familie. Sehr prominent anscheinend, wie er eben erzählt hat. Medien haben wir hier die Agencies. Alter, das sind so coole Bilder, ne? Wahnsinn. Und dann haben wir noch Notruf. 9-1-1. This call is being recorded. What is your emergency? This is Hugo Guterres. Health Security at the Clemente Hotel. We're going to need SWAT here ASAP. We've got reports of a number of armed individuals entering the building via the fire exits. We have reason to believe they are targeting Cornelius Fremont's family. Can you repeat that name for me, please? Cornelius Fremont. His family is sheltering here on the 14th floor. And you said it's the Clemente Hotel? Yes, ma'am. Can you confirm the address? It's the Clemente Hotel on 8th and Figura. Do you have any visual on the suspects? No, ma'am. Their son, Michael Fremont, reported seeing the men going up the fire escapes on the side of the hotel. We're sending a squad to you. Hold tight. Do not engage with the assailants. Do you have any visuals of the floor? We've got surveillance footage on the external sections on the floor, but nothing inside the penthouse itself. Do you have any visuals on the exterior of the property? We should have, but the feed is down. Okay, the team is en route. Prevent anybody else from going up to that floor and consider implementing... Michael Fremont has taken the elevator to the penthouse. For reference, he's wearing a bomber jacket and a pair of blue jeans. Okay, the team is a few minutes out. Stay put. They're inside the building. I've got contact on the cameras. I have a visual on Michael Fremont. He's entering the penthouse. Okay, can you describe the individual? Shit! We've got shots being fired. Your team better be here. They are inbound. I need you to stay on the line and do not... I repeat, do not engage with the suspect. I find out, that's hotel... That's right. That's right. That's full of what's from the American Horror Story. The movie is hotel. Zumindest hier, ähm... Die Geländer und so. Das sieht voll danach aus, oder? Was mit ihr? Äh, die sollen da oben durchgehen. Ich habe die Tür und klare die Tür. Proceed mit extrem Kauten. Oder machen wir lieber nur öffnen. Stürmen ist immer so laut. Nicht, dass die Gegner das bemerken. Okay. I'm going! Got it opening here. Drop the weapon and get down! Drop it and get down! Drop it! You can still get out of there! Blue team. Open. Deploys the F and carry. I'm going to get him. Enter the room and clear. Come on! Christy, put it on the floor! LFPD, down the floor! Sehr schön. Turn around and stay still. Civilian restraint. Pitch you to talk. Suspect is secure. Clear high ground. Say. Copy. All sober. All sober. Boom. Move in and clear. Copy. Welch eine coole Location, die sie hier ausgesucht haben. Kann man bis jetzt echt nicht meckern, oder? So, kommt man da raus. Heißt, Tür ist im Weg, ey. Sie immer nach außen offenstehen. Das ist so be... ...ploppt, ey. Okay. Leave the talk. We have a civilian down here. This is talk. Talk copies all. Proceed with your mission. Police, you're under arrest. Police! I'll get the bed. Schöne alle hier festmachen. Und das alle? Ich hoffe. Move in and clear. Ready. Drop the weapon and put your hands up. Moving in. No wing right on the left. Nothing. Move with the sound of my voice. My hands are up. Don't shoot. LSBG, don't move. Evidence, do you? Suspect is in our custody. Request transport. Stay on me. Talk to high ground. Roger that. Trailer is incoming. Da müssen wir aufpassen. Nicht, dass die da unten stehen und durchs Geländer ballern. Wir haben hier nur Betäubungswaffen. Ach, scheiß Blendgranatenfalle. Weißen wir mal ein paar Nades. Ich habe nichts in hier. Stop the weapon. Police, down on the ground. Dynamic movement. Move in clear. On me. I got you. Ja, gleich steht er wieder auf. Wir müssen ein bisschen Tempo machen hier, ihr Affen. Die sind so doof, ey. Ja, jetzt ist er wieder aufgestanden, ihr Schwachmaten, ey. Ich drehe gleich durch hier. Kriege ich da das wenigstens hin? Okay. Alles muss man ja selbst machen. Talk to element. Roger. Trailer's inbound. Talk to entry team. Copy that. Blue team. Take it down on clear. Stack. Red team. Move. Got it. Taking it down. Coming in. Ready to die. Blue. Put the stack on this door. Okay. Civilian ready to go. Good here. High ground to talk. I'll get them ready. Talk reporting. Copy entry team. Notifying trailers. Stay on me. You got points. Talk reporting. Roger. Ich glaube hier oben sollten wir jetzt alles haben, oder? Was ist das hier? Ich will mich mal gucken. Da waren wir schon. Da müssen wir mal nicht alles haben. Haben wir die hier gemacht? Ja. Haben wir. Haben wir auch. Dann können wir da unten weiter gehen. Holden. Move. Got you sick. Open the door. Clear it. All right. Okay. Untertitelung. good to go you ain't no clue what you just did talk to entry team roger entry team great work keep going let's go go left Sieht gut aus. Na? Dauert das denn so lange? Ich habe nichts hier. Hm, wie sieht es hier aus? Schmeiß mal eine Nate direkt rein, um mal zu hören, wo die Gegner sind. Geh mal hier gucken. Okay, das war da, wo wir gespawnt sind. Die Tür hatten wir ja dicht gemacht. Wer, die husten da schon? Geh mal hier, was? Geh mal hier. Geh mal hier. Geh mal hier. Ich kann die leider nicht aufdrehen, weil mein Bein gebrochen ist. Sonst würde ich das sehr gerne machen. So, aber so ist das leider, ne? Was sagt denn hier das Tablet? Einiges haben wir noch vor uns. Macht ihr mal nicht. Pass auf. Ach lol, hier waren wir ja schon. Ah, Magazin ist noch voll. Easy. Gas, 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 Gas. Let's go! Sehr schön. Wir verbraten jetzt mal komplett die Gasgranaten, wir haben eh ohne Ende. Trailer inbound. Wo war der? Wo war der? Brauche ich mich mal hier zu gucken. Ne, traue ich mich nicht, weil es nicht geht. Sie jampt die Door. Aha, dann weiß ich, wo das hingeht. Ist das der große Raum wahrscheinlich. Aber schadet ja nicht, da nochmal nachzugucken. Ach, wir haben schon alle kaputt gemacht. Wie geil ist das denn? Loll. Jetzt müssen wir doch Zivilisten suchen, ne? Wer weiß, wo der letzte ist. Hier? Ne, hier waren wir noch gar nicht, ne? Ne, hier waren wir noch gar nicht drin. Ich habe ihn. Ich habe ihn, hat er gesagt. Geh runter, ich will seine Hände sehen. Ah, perfekt. Das war alles. Geh runter, ich will seine Hände sehen. Geh runter, ich will seine Hände sehen. Geh runter, ich will seine Hände sehen. So, Reefing einmal. Äh, Abfahrt. Okay, this is going to be quick and dirty. Das war, ich will seine Hände sehen. Okidoki, also wir haben eine dicke fette Sprengstoffweste. Wir müssen auf jeden Fall einen sehr bekannten Terroristen oder so festnehmen. Zivilisten, nicht bekannten Medien. Hier einmal der Dancefloor. Hier das Shooting. Und hier sieht er auch einmal die Bomberests. Dann können wir uns nochmal die Notrufe anhören. Oh Gott, sie schütten alle Leute. Run, runter hier, runter hier. Neon, 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 Neon. Oh Gott, oh mein Gott. Ja, help uns. Ihr braucht uns, sie schütten uns alle. Neon, die Nightclub. Oh Gott, sie kommen hierher. Okay, das ist... 9-1-1, das Call ist being recorded. Was ist Ihr emergency? Wir brauchen die Cops overhanden. Wir haben so viele Leute geschütten auf dem Platz. Oh Gott, das ist so viel blood. Okay, Sir, Sir, ich muss Sie sagen, wo Sie sind. Ich bin ein Schütten. Ich arbeite bei der Bar. Wenn der Schütter begann. Oh Gott. Nein, Sir, ich meine, wo Sie sind? Could Sie an dicen? Oh, shit. Sorry, ich bin... Ich bin... Die Danceclube. Danke, Sir. Und was ist Ihr Name? Ben, 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 are the police on their way? You said someone had been shot? Did you see the shooter? They were shooting everybody. I don't know who they are. They just pushed in and started shooting. We're trapped in here. It's a massacre. Are you hurt? No, no, no. I got down into the cellar. I need supply pad up there. There are bodies everywhere. We need the cops here now. The LSD are on their way. I need you to stay where you are. Is there anybody else with you? No. No, no. They killed the other's fire in the barn. Please, hurry. I don't want to die down here. Just stay where you are. Ben, help is on the way. Please. 911, this call is being recorded. What's your emergency? Hi. You need to send cops to the Neon Nightclub. Did you say Neon? Yeah, the dance club. I don't know what's happening, but there's a bunch of guys with guns. Did you say men with guns? Yes, but not just normal guns. I mean, these guys had rifles and machine guns or something like that. Oh, my God. Oh, shit. Ma'am. Ma'am, are you still there? They shot everybody. They just shot all of them as they were lining up to get in. Oh, my God. They're all dead. Ma'am, where are you? Are you safe? I don't know. We're across the street inside of a coffee shop. We're hiding, but they... Wait. They've all just gone inside the club. Are they shooting everybody in there? Ma'am, stay where you are. The LSPD is in route. I'm not going anywhere. Oh, my God. There is so much blood. There are people in the streets. They're walking around. Oh, shut up. We need to help them. I need you and anybody who is with you, to say where you are and remain out of sight. Those people need help. Oh, my God. Please hurry. Emergency services are on their way, ma'am. Hang tight. They need to help them. Ja, ich musste meinen Loadout noch ändern. In dem Level hier in der Neon-Gruft, da ist so ein Typ mit der Bombenweste und den kriegst du einfach nicht runter bei dem S-Rang, weil wir dürfen ja nur mit dieser Betäubungsscheiße spielen. Und deswegen habe ich mir jetzt nochmal eine Pumpe mitgenommen. Mal schauen, ob wir die mit den Gummigeschossen runterkriegen, weil... Das ganze Team samt ich haben auf den draufgeballert. Der ist einfach nicht so Renhardt. Der hat einfach nicht aufgegeben. Der hat so viel weggetankt, den hast du nicht runterbekommen. Komplett nervig. Wir dürfen die ja anscheinend nicht töten. Beim S-Rang. Aber ist schon eine geile Location, oder? Oh, festnehmen. Die haben den immer noch nicht festgenommen. Lol. Nehmen wir mal auch die ganzen Waffen direkt mit. Ich schwöre, die sollen auch mal ein bisschen mehr machen. Soll nicht schwer, so einen Gegner zu restrainen, oder? Bitte euch. So, hier machen wir mal ein Door-Ratchen. Zack. Und dann schicken wir mal die Kollegen da rein. Bitte schön. Dann schauen wir uns hier gerade nochmal um. Nicht, dass hier noch ein Zivilist sitzt oder so. Ich glaube nicht. Lieber einmal auf Nummer sicher gehen. Okay, sehr gut. Kommt mal mit mir mit. Ich möchte gerne vorgehen. Oh, geh runter. Alter, was hier alles rumliegt. Messer. Junge, der hat aber wieder ein ganzes Arsenal mit dabei, der Typ. So, weiter können wir. Das ist der Typ mit der Bombenweste. Lol. Jetzt hat er surrendered. Okay, also, wenn ihr das Level spielen müsst, dann nehmt auf jeden Fall die Pumpe mit. Ich empfehle aber nicht, dass die Teammates die Pumpe spielen. Ey, das ist ein bisschen tricky. Weil wenn du, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, aber wenn du da mit jemanden im Kopf schießt, mit dem Gummigeschoss, dann ist der instant tot. Deswegen wäre es besser, wenn nur ihr die spielt. Nicht, dass die KI-Mitspieler da voll Terror machen. Ist die ganze Mission fehlgeschlagen. Das ist nicht gut. Ja, geht doch. Immer schön surrendern, mein Lieber. Ich schneide den Kopf ab, sagt der Alter. So, da auch einmal bitte zumachen. Und dann machen wir hier auch einmal zu, dann gehen wir außen rum. Oh, ich habe ja keine mehr dabei, oder? Ne. Dann müssen die das nochmal machen. Wollen wir hier auch eine hinmachen? Dann bauen wir uns jetzt hier wieder komplett ein, dann gehen wir auf Nummer sicher. So, dann nehmen wir die schon mal fest. Sehr schön. Auf wen hat er hier geballert? Auch wieder einer mit der Bombenweste. Hier war doch noch eine Zivilistin, ne? Jawohl. Nehmen wir die direkt auch fest. Ah, die mit der Bombenweste haben keine Waffe, ne? Die haben nur ihre Weste um. Ja. Keine Waffe dabei. Ja, dann geht er es raus. Mach dir, Mann. Was ist denn hier hinter? Okay. Gehen wir mal hier weiter. Ach, ne, hier geht's gar nicht weiter, oder? Ich dachte, hier geht's noch nach oben. Wahrscheinlich da hinten, oder? Oh, da ist sogar noch einer. Ah, sehr gut. Auf gut geht's. Okay. Oh, da ist noch einer. Einmal bitte knacken. Ich würde sagen, wir machen das folgendermaßen. Ich gehe vor, schieße den runter und dann lassen wir die anderen mitkommen. Machen wir einfach öffnen. Und dann rufen wir die gleich. Was? War der das oder war das ein anderer? Let's go! Großes Werkzeug, Entschuldigung! Schau es aus! Verbrechen deine Webe! Verbrechen deine Webe! Ich bin mit dir! Alter, sind die da am Ballern, ey! Verbrechen deine Webe! Da, gehen wir! Aus unserer Weg! Entschuldigung! Mach ihn sicher! Ich hab' ihn! 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 Aufpass nehmen! Sehr schön! Er nimmt natürlich einen Zivilisten fest! Was für eine Schneichnase, ey! So, die kannst du auch festnehmen! Wo geht's hier hin? Hier ist auch einer! Ja, sehr gut! Das hat doch schon mal nicht schlecht geklappt! Haben wir schon alle? Ne, ne? Na, da sind noch einige von über! Roger, Entschuldigung! Great work! Keep going! Oh, zwei sogar! Zivilistin und Täter! Ich hoffe, jetzt hab' ich nicht die Zivilistin irgendwie getroffen! Das wär' sehr schade! Talk to Entschuldigung! Roger, Entschuldigung! Great work! Keep going! Someone is coming to get us, don't you? Talk reporting! Copy Entschuldigung! Copy Entschuldigung! Copy Entschuldigung! Copy Entschuldigung! Ja, 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 ja! Okay, dann wollen wir da durch! Weil jetzt müssten wir oben eigentlich alles haben! Weil jetzt ist nur noch diese große Tanzfläche, glaube, offen! Die müsste ja links sein, genau! Open and clear! Confirm! Ich hab' bis jetzt ja ganz gut geklappt, ne? Muss man wirklich sagen! Move! 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 Da hat die Pumpe schon Sinn gemacht! So, dann machen wir Öffnen mit nem Launcher! Und wir schauen mal, was wir hier noch haben! Ne Stinger! Okay, dann schmeißen wir die Stinger da mal vorsichtshalber rein! Oder? Ne, lieber nicht! Nachher treffe ich nen Zivilist, da hab' ich keinen Bock drauf! Okay, sieht sehr gut aus hier! So, festmachen! No, mitkommen! No, ihr push da mal rein! Ich pass hier hinten auf! Perfekt! Nehmen wir die auch noch feste! Was ist schon cool, wie die selbstständig die Räume klären! Das finde ich nice gemacht, ey! Auf jeden Fall ist hier noch sehr, sehr viel Potenzial in dem Spiel! Finde ich! Ich meine, das Spiel ist schon gut, aber es kann noch besser werden! Größere Maps, etc. Wer ballert denn da? Oh! So, alle herkommen! Der hatte jetzt aber ne Waffe, ne? Mit seiner Bombenvessel, da hat er die irgendwo aufgehoben von jemandem, wo wir die Waffe nicht entfernt haben! Vielleicht immer unterschiedlich! So, dann wollen wir da noch rein! Machen wir mal mit CS Gas! Ich glaube, der kam von da oben runter! Was sagt denn das Tablet? Ah, wir haben schon alle! Wir müssen nur noch die Zivilisten retten! Suchen und sichern machen wir mal! Irgendwo haben wir einen vergessen! Ja, hier ist einer! Die Security! Ah, wir haben es geschafft! Wunderbar! Mission Objectives 3 von 3! 14 Gegner waren das! No Officers dead! No Officers dead! Jawohl! So gefällt mir das! Nice! Billig kaufen! Zweimal kaufen! Ist die nächste Mission! Dann machen wir einfach mal Seitengasse! Und dann schauen wir mal in das Briefing rein! Let's go! Oh-oh! Wir haben keinen Zeitpunkt auf dieser Stelle! Wir haben zwei Main Entrie- und Exit-Points auf Side 1 und Side 3! Wir wollen ein Team auf jeden Fall! Things haben bereits escaliert, so wir gehen in hot! Wir müssen die Dinge unter Kontrollen, so dass die Trailer- und die Casualtien ausführen können! Wir haben jemanden auf der Seite? None der Raid-Team macht es auf der Seite! Wir wissen nicht, was passiert, aber die Cover war geöffnet, bevor sie geöffnet haben. However, zwei Detektives arbeiten auf der Cover in der Dealerschaft. One, wir wissen, ist jetzt deceased. The other is still alive, but it's only a matter of time, if we don't get in there and take control. Okay, we're a few minutes out. Are there any questions? No sir! That's what I like to hear! We're walking into a shitstorm, people! Keep those communication lines open! I wanna know what's going on at all times! Now, get ready to move! Bei Dächtiger haben wir Miguel Ramirez, Roberto Rodriguez, Zivilisten Brian Gia, Mike Esperanza. Bei Medien haben wir noch... Oh, ein paar Bilder. Scheint wohl so ein Autohaus zu sein. Schauen wir uns mal den Notruf an. 9-1-1. This call is being recorded. What's your emergency? Hi. Yeah. You probably already know this, but there's a shootout happening outside Caesar's Cars in North Hills. I don't know what's happening, but cops are being shot. You need to get more people over here. Sir, I'm gonna need you to calm down for me, okay? Can you please tell me again what's happened? Someone inside the car shop is shooting cops. I don't know what's happened. I was just out walking my dog, and suddenly all hell broke loose. I see cops lying on the ground, and others start shooting. You say the police are shooting? Well, yeah, well, they were getting shot at first from inside the car place. I don't know what's happening now. I booked it out of there, and I'm not planning on going back to check. No, no, stay away from the area, sir. The police are inbound, so please. I just moved into this neighborhood. God, I thought it would be okay up here. Sir, sir, don't panic. Get to safety. The police are aware of what's going on in or inbound. Please do not go back. You said you live nearby, right? What? Yeah, I'm... I'm like a block from my house. Okay, great. As long as you can get there without going back the way you came, I go home and lock your doors. Everything's gonna be fine, okay? Yeah, um... Yeah, I... 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 I can get home. Great. Stay safe, sir. Und rein geht's ins Autohaus. Let's go. Talk to Entry Team. Entry Team. We no longer have control of negotiations. You are clear to move and secure the premises. Machen wir mal Licht an, ne? Bisschen düster hier. So, die Tür da hätte ich gerne zu. So, da oben hätte ich auch gerne eine. Alles mit der Zeit. So, dann da mal bitte rein. We can do something and clear. Tagging. K пример. Lief in. Nice. Wrapping it. Go for it. Get down! Opening on the left. The fucking gun down. Drop the gun and get down. Get down on the ground. Hands down. Get down on the ground. Hands down. Hands down. Hands down. F**k. And your neighbor. Do it. You need to let the tool open? die nehmen wir den hier lieber fest haben wir gerade geld aufgesammelt russen sind das ok ich glaube bis jetzt hier noch gar nicht oder runtergehen so ist gut geht nicht mach du mal wie spit das manchmal haben wir einen launcher Ja. Wir machen erstmal die ganzen Türen zu. Ich drehe erst ihnen den Rücken zu, wenn er doch in der Nähe ist. Angst. Sehr gut. Auch festnehmen. Nice. Geht doch. Ich glaube, wir wechseln mal lieber das Mag, ne? So. Stürmen machen wir mal mit Ramme und dann CS-Gas. Gehen so lange hier nochmal gucken. Sieht man aber auch echt schlecht, ne? Was sich immer empfiehlt ist, das mache ich immer beim Schießen, das Schiff drücken, dass er langsamer geht. Dann kann man viel besser treffen, weil die Waffe nicht so wackelt. Dadurch Call of Duty, ich bin ja ein Call of Duty Spieler, habe ich mir angewöhnt immer so links rechts zu gehen. Das macht man immer mit dem Controller, damit der Aim Assist funktioniert. Und das mache ich hier natürlich auch. Das ist hier nicht so gut. Ich denke, das machen auch viele Maus- und Tastaturspieler mal unabhängig vom Aim Assist. Weil es einfach besser ist, weil du da nicht so ein einfaches Ziel bist. Aber hier in dem Spiel wackelt die Waffe voll nach links und rechts. Nach oben und unten seht ihr das hier? Und auf Distanz ist das nicht so geil, wenn der immer so hin und her wackelt. Aber kriegen wir ja alles hin, ne? So, hier scheint alles sauber zu sein, ne? Obwohl, ne, brauchen wir nicht. Wir machen hier eine hin. Guck mal, wenn er geduckt ist, geht er sogar noch... Also da verwackelt gar nichts, wenn er geduckt ist. Ach so, auf Distanz, seht ihr das? Der bouncet immer so komisch. So, dann möchte ich gerne ein Team da haben. Und das rote Team nehmen wir mal mit. Und die sollen mal da rein pushen. Wir machen dann hier die Seite. Okay, sieht gut aus. Und geht da mal ruhig rein. Will er nicht? Dann gehe ich da halt erst rein. Ich glaube, hier muss man irgendwas aufsammeln, ne? Ja. Jetzt ist die Frage, gehen wir von der Seite rein? Oder wie machen wir das jetzt am besten? Mh, machen wir da so einen Keil hin? Jamme die Tür. Tür jamme bereit. Ich habe eine andere Idee, wie wir vorgehen. Ich habe direkt einer raus. Ich gehe hier hin. Ich komme in die Handkampf. Ich komme hin. Ich gehe hier hin. Ich gehe nicht hin. Der Suspekt nicht aufgesehen. Ein Element von Talk. Suspekt den Kür. Ich bin bereit für anzuwenden. Sping der Reporter. Ich will die Tür dazu machen. Scheinen wohl einige zu sein. Mach ich halt eine hin. Gut, dann kommen wir weiter. Äh, machen wir mal Diamant. Ich hab mir jetzt gedacht, wir gehen jetzt einfach durch die beiden Haupteingänge rein. Hier waren wir glaube ich schon drin, ne? Ja, da haben wir In-Your-Hops genommen. So, da gehen wir jetzt rein. Mit so einem schönen Doppelpush. Was ich ein bisschen komisch finde, das ist euch wahrscheinlich auch schon aufgefallen, durch manche Fenster kann man schießen, durch manches Glas schon, durch manches nicht. Das verstehe ich irgendwie nicht. Äh, machen wir mal mit Stinger. Und hier machen wir mal mit Stinger. Und ich schmeiß hier schon mal ne Gasgranate hin. Und los geht's. Ach, jetzt hab ich die zu mir gerufen, nicht doof, Mann. Ach, die gehen schon rein. Das hat irgendwie nicht so geklappt. Ich glaube, ich hab auch Fall-In gedrückt. Das war sehr komisch gerade. Ach, nicht vernünftig die Tassen bedient. So, da einmal aufrein. Schön runtergehen. Entry team to talk. Suspects standing by for transport. Talk to entry team. Copy entry team. Sting and clear. Modifying trailers. Reaching, reaching. Swap in the city. Oh! Opening on the right. Nothing. I got nothing here. I got it. Er blockiert mich wieder. So, das war ja diesen, den wir da einmal reporten mussten, vom Task her, ne? Jawohl. Mach CS Gas, bitte. Was waren die denn da wieder? Die blöde ey. Das Spiel erkennt sofort, wenn man die Kamera wegdreht, zu geil. So, da sagte der Task, bringen sie die Ordnung ins Chaos. Da sind anscheinend noch welche am Leben von denen. Aber ich glaube wir haben jetzt alle Gänge fertig, oder? Was fehlt noch? Rammer clear. Gehen wir nochmal da durch. Wir werden ihn schon finden. Vielleicht ist der auch draußen auf der Straße beim Spawn, das kann natürlich auch sein. Da ist einer. So, das müsste jetzt alles sein, oder? Jawohl. Dann machen wir einmal suchen und sichern. Wenn noch irgendwo Waffen liegen, dann bitte aufheben. Ne, das ist eine Granate. Gasgranate. Ja, das sollte es gewesen sein, ne? Jo. Schön. 15 Gegner, 20 Waffen, alter. Heftig. Was steht uns denn als nächstes bevor? Was haben wir jetzt für eine Mission? Wir haben Träger der Rebe. Ha? So, dann können wir uns mal das Briefing anschauen, weil ich glaube das Loadout würde ich jetzt nicht ändern. Hören wir uns das ganze mal an. Das ist schon kurz zuác. Die Umgebung und muss sich, was mit der Rethnasen genannt? Die Chariatschein Darlinga hatten, ist sich nicht alle. Die Chariatschein송 haben sich in den Abدم, um die Bühne an dahin zuvor auf den Pumpen en zu haben. Die L-S-P-D-G-M-D-G-L-A-A-N-G-E-A-N-G-H-I-A-N-G-A-N, dann wird das Gewohnen das eignal. Raskin ist eine interessante Charakter. Sie ist ex-USIA. Sie hat eine Discharge, aber alles zu ihr ist, dass sie sie ist. Wenn sie das Ding ist, dann muss man sich mit dem, wie wir alles tun haben. Die Chariessa-Vinion ist eine große Komplex mit drei Primärbültigungen und auch mehrere kleine Outbuildings das Pohse-A-Threat. However, Officer Garcia ist in der Central Courtyard. Our primary goal ist, zu er aus dem, dann setz dich auf ein Perimeter und try to make contact with Raskin. The layout of the Vinion is being uploaded to your devices right now. Study it as we get moving, because there's no time to waste. There's been plenty of shit shows over the years with incidents like this and I will not have this being another one. Any questions? Good. Now get your gear and get your ass in a seat. Move! Verdächtige? Elena Raskin. Eve Nader. Medien. Sergent Hoffman, please call switchboard. Ach du Scheiße. Please call switchboard. Notrufe haben wir auch noch. 911, this call is being recorded. What is your emergency? This is Officer Mariana Garcia. I've come under heavy fire at the Chariessa-Family-Vineyards. Ma'am, did you say Officer Garcia? Yes, Officer Garcia. There's no radio reception out here. We got an Officer down and I'm pinned down on all sides. I need immediate assistance. Officer Garcia, can you please confirm your location? Yes. I'm at the Chariessa-Family-Vineyards. Sergeant Benes is dead and I need help. Three, send assistance now. Okay, Officer Garcia. Have you radioed for assistance? I tried, but the reception out here sucks. Nothing but static coming through. I don't think anyone hurt me. Okay, I've put your call through to dispatch. Units are en route. Stay safe, Officer Garcia. Okay, this is gonna be quick and dirty. 911, this call is being recorded. What is your emergency? We do not want this. Our hand has been forced by the action of a society that wants to keep us weak and subservient. I'm sorry, ma'am, but this is an emergency line. I'm going to have to ask you to hang up. They must learn to pay for their crimes. Ma'am, I'm going to have to... You bow down to them. You offer yourself like a cheap whore. You could be saved, but only when you realize the power they hold over you is nothing but smoke and mirrors. Ma'am, where are you calling from? Good. Yes, send them all to the slaughter. We are one, and we are tired of being treated like pets and incubators for the next generation of filth. Can I take your name, ma'am? My name? My name is of no consequence because we are one. They stole our bodies, our minds, and our spirits, but they could not break us. We are weak no more. Ma'am. We will not stop, and we will not be stopped. Holy shit, Alter, was geht denn bei der ab? Ich glaube, das ist so eine radikale Feministen-Bande. Kann das sein? Macht auf jeden Fall so den Eindruck. Aber der hat gerade gesagt, dass das ein großer Gebäudekomplex ist. Dann würde ich sagen, nehmen wir uns noch mal ein paar mehr Door-Wedges mit. Packen wir lieber das Gas mal weg. So, gehen wir mal rein in die Feministen-Bude. Gold Team. Oder lass mal hier reingehen. Gehen wir hier alleine durch. Gehen wir mal hier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Oh, sehr cool Haben wir da schon eine Doe-Retching gemacht? Nö Doch Haben wir auch eine? Hier fehlt uns noch eine Was ist denn hier hinter? Ach, nur so ein kleiner Raum Nix Besonderes So, dann haben wir hier, glaube ich, alles, ne? Die Haupttür noch zumachen Wenn die aber schon mal alleine da durchgehen Kriegen das irgendwie schon hin Sicher ist sicher Okay, zwei Stück mit der Pumpe Alter, was geht da denn ab? Haben die dicke LMGs oder was? Was ist das? Was ist das? Geht an, Elimant. Roger, Trailer ist inbound. Geht an. Geht an! I'm getting down slowly. Move towards me. Move to the sound of my voice. Arrest her. I'm coming in to handcuff you. She is high ground up. Hehehe. Talk to entry team. Copy entry team. Notifying trailers. Provide support on me. Right with me. More than some of them. I won't switch. Entry and clear. This isn't over. Move in. Clear the room. Damn it. Ah. Jetzt ist die da im Weg, ey. Stay on me. On you. Move and clear. Acknowledge. Move, move, move. Down on your knees. Slowly. Oh, Munition leer. Oh, drei Leute. Oh, my God. We're going to clear. Police. Get down on the ground. Mike. LSP. Now. He's got on your knees. Hands off. Oh, my God. 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 Talk to entry team. Great work, entry team. Keep it up. to wimp'. överens. To wimp'. Cause to get down. To wimp'. Toety. To wimp'. Wahnsinn. Wie viele waren das? Gilliore. 1, 2,... 3... 2... 2... vier stück was geht ja schon fast die ganze muni aus hier ist schon hier sind schon die dow wedges okay machen wir mal licht an machen wir mal stinger machen wir mal backup start a search acknowledge so denn was gehe ich hier mal alleine durch ich glaube hier sollte aber nicht mehr viel sein oder ich glaube das war es ist einfach nur hier unten so ein irrgarten meine ich noch die lachen alter voll creepy und weiter nach oben hat da kein bock oder was jetzt sieht sauber aus wie ziehe hin das ist wie ein badezimmer ich glaube das war es auch mit dem garten hier 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 Safe. Through the door and clear. Moving up. Freaking! Police! Get on the ground now! Drop the gun! Don't make this any harder! Don't move! Drop the weapon and get down on the floor! Alter, wir haben aber nicht mehr viel Leben. Was ist das? I have to open the floor in the left. We have to open the door here. Get down and see no head. Get down and get down! There is a cage here if you don't have anything on me. Get down! Jetzt erstmal einer an den Kopf bekommen. Man schlecht unterscheiden, ob das jetzt Zivilistinnen sind oder äh Täter, ne? Ach, mein Bein ist eh gebrochen. Brauch ich gar nicht probieren. Ja, ja, ja. Wir sind aber viele Feinde, ne? Hm? Wo willst du denn hin, Alter? Mach hier bloß keine Alleingänger, da hab ich gar keinen Bock drauf. Oh. Hm, sieht aber clean aus, ne? Scheint wohl hier auch nicht mehr viel zu sein, ne? Ne. Können wir, äh, durchziehen. Oh, da noch mal rauspushen. Vorsicht selber. Äh, was sagt denn das Tablet? Äh, okay. Weniges haben wir schon reportet. Beta fehlen uns auf jeden Fall noch und Zivilisten. So, dann sollen die mal hier durchpushen. Ich muss ein bisschen hinten bleiben, weil ich bin schon echt heftig angeschossen. Geh halt nicht mehr viele Schüsse aus, vielleicht nur ein oder zwei. Geh halt nicht mehr. Ist ja auch wirklich eine dran, ich trau dem nicht. Hat keine dran gemacht. Esel. Ist hier die ihre Kirche, oder was? Hm. Schwierig. Wir haben schon da durchgeballert, ey. Lieber die Türen immer zumachen, ist besser. Wo stehen die denn? Wo stehen die denn, hä? Dahinter steht eine Madglitch. Ich würde sagen, wir geben denen den Befehl zum Öffnen und dann mit der S-Gas. Aber vorher will ich die Alte da wegballern. So. Und rein da. Einmal angeballert, das reicht. Oh, die hat gesessen, die Gasgranate. Die war sehr wichtig. Das ist meine ganzen Beine zertrümmert, ey. Ich hoffe, das waren alle, weil, äh, ihr halt dann noch einen Schuss oder so. Ich meine, die schießen uns Gott sei Dank nur um meine Arme und in die Beine, das geht ja noch. Aber, äh, den Kopf oder Oberkörper wäre schon kritischer. Sieh mal ruhig vorgehen, ist besser. Ich gehe mal da lieber noch durch. Oder machen die das schon selbstständig, yo. Was? All clear. Movin in! Got it opening here. Was clear over here, boss. Was clear over here, boss. I'm going. Opening on the right. Got nothing here. Let's go! Opening on the right. Was clear over here, boss. So, die sollen da noch mal rauspushen, dann gucken wir uns hier noch mal um. Aber ich glaube, wir haben jetzt doch alles mitgenommen, ne? Da haben wir zwei von Hobbs genommen. Oh, die sieht cool aus, ey. Es fehlt uns noch irgendwo eine Täterin. Ne, gar nicht wahr, nur Zivilisten. Hier waren wir noch nicht. Das ist ein komplett abgetrennter Raum, lol. Oh, Alter. Oh, suchen und sichern. Das hier ist ein komplett abgetrennter Raum, der gehört gar nicht zum Garten, seht ihr das? Das war hier bei diesem Atelier, sag ich mal. Hier. Das hier ist ein komplett abgetrennter Raum. Ich dachte, der Garten wäre alles in einem, aber hier sind auch so Bienen und sowas. Was? Das ist komplett abgetrennter Raum, okay, das muss man sich merken. Aber sonst finde ich die Mission ziemlich cool. Ich finde es auch cool, dass sie so verschiedene Themen halt behandeln, um von Nixen Halt machen, ne? So, radikale Feministenwandel hochzunehmen, ey. Ich gedacht, dass man das heutzutage mal sieht, aber es ist auf jeden Fall eine coole Szenerie. Ey, das Spiel juckt sich vor allem, also juckt sich gar nicht, wenn es um sowas geht. Great Job, jawohl. Boah, 16 Gegner, 23 Waffen. S, jawohl. Die nächste Mission heißt Rückfall, das ist ein Krankenhaus. Ui, sehr geil. Hören wir uns das Ganze mal an. Das Ganze ist, dass ein Kostelgrove Medioe ist. An der Anarche von der Kostelgrove Medioeinung ist, um ein Aktivischutz zu machen. Wir wissen, dass es, ungefähr 20 Minuten später, das erste Angelegenheit kam, ein Kostelgeruch von einem Kostelgeruch zu einem Kostelgeruch zu einem Kostelgeruch zu einem Kostelgeruch. Angelegenheit, mit dem Kostelgeruch, eine Art von der Cybercrüben-Kranken, sind die Hand. Als wir nicht genug hatten, haben wir auch noch ein Kostelgeruch zu verraten. Wir haben auch, dass einige Kostelgeruchte sind, die Kostelgeruchte zu haben. Das heißt, wir müssen alle, ich weiß, ich weiß, dass sie nicht glücklich sind. Aber wir können keine Chance nehmen. Wir müssen in den Krankenhäusern gehen, um die Krankenhäuser zu retten, in die Krankenhäuser zu retten, oder in die Krankenhäuser zu behaupten. Wir wissen, dass es viele Shooter gibt, aber wir haben keine Ahnung. Von der Informationen wir bekommen von 9-1-1-Calls, diese Leute sind jemanden sie sehen. Wenn das die Hand ist, dann ist es wahrscheinlich in retaliation zu uns, zu uns in Quattamark. Ich habe mit der Anti-Terrorismus Unit, aber sie haben keine Ahnung, wie sie haben. Die LSPD ist nun auf die Perimeter und die Entfernung, und die Entfernung, die Entfernung haben. Ich möchte zwei Teams. One will take die Main Entrance, und der andere will enter durch die West Rear-Side Entrance von der Staffel-Locker-Room. Sie haben alle Pläne zum Hospital und ich möchte sie studieren. Das wird nicht schön sein. Und wir wissen das alle. Any questions? Good. Get your gear, get your ass in a seat. Move! Verdächtige haben wir Asudala. Den müssen wir auch unbedingt festnehmen. Zivilisten keine bekannt. Und hier haben wir nochmal das Krankenhaus und wie sie auch das Krankenhaus stürmen. Und dann haben wir ganz viele Notrufe. Hören wir mal rein. 9-1-1. Das Telefon ist gesammelt. Was ist Ihre emergency? Help uns. Oh Gott, sie werden uns töten. Ma'am? Was ist passiert? Ma'am? Kannst du mir woher Sie sind? Sie haben armas. Sie haben drei Menschen. Sie haben sie sterben. Ma'am, ich brauche, dass Sie ein tiefes Blatt von mir nehmen, okay? Kannst du mir woher Sie sind? Ich bin... Ich bin... Ich bin auf der Kostelgrove Medical Center. Bitte, Hilfe. Und Sie haben gesagt, jemand wurde getötet? Ja. Ja. Menschen wurden getötet. Sie sind still shooting. Ich kann sie hören. Sie sagen, dass es in der Krankenhäuser sind? Ja. Sie sind die Leute. Send die Polizei. Bitte. Gott. Sie sind die Leute hier. Ich liebe diese fucking Stadt. Okay, Ma'am. Sie sind in eine safe place? Ich bin unter der Desk, aber sie sind nicht hier. Sie sind auf der nächsten Fläche. Ich glaube... Ich wirklich nicht. Ich weiß nicht. Sie senden. Ich verstehe, Ma'am. Ich weiß es schwer. Es ist schwer. Ich muss nur ein paar weitere Fragen stellen. Okay. 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 Do you know how many shooters there are? Nein. Nein. Es passiert so schnell. Es kam von überall. Okay. Das ist gut. Sie haben sie gesehen? Sie sehen, was sie sind? Ich weiß. Es passiert so schnell. Ich glaube... Es war so schnell. Ich glaube... Es waren als Doktor. Ich sah einen Mann. Und diese... Green... Doktor's overalls. Er hat eine Schreie. Aber... Ich kann nicht... Ich kann nicht... Du bist gut, Ma'am. Die Polizei sind in route. Okay? Du bist alleine? Oder gibt es andere mit dir? Ich bin alleine hier. Aber ich kann andere sehen. Okay. Ist es ein safe space? Du könntest eine lockable room? Anywhere? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich verstehe. Sie können mich nicht sehen. Ma'am. Bitte bleiben wo du bist. Die Polizei sind in route. Stay safe. Call's... 911. This call's being recorded. What is your emergency? Hi. Ich bin ein Patient at the Coastal Grove Medical Center. Ich weiß nicht, was ist passiert, aber es klingt, dass es ein gunfight geht. Du sagst, ein gunfight? Ja. Das klingt. Das klingt. Hast du jemanden mit einem Weapon gesehen? Nein. Ich habe nur mein Kopf geflogen. Ich kann nicht aus dem Bett. Aber ich war in der Militär, und ich weiß, was es klingt. Du sagst du in der Coastal Grove Medical Center? Ja. Kann ich deinen Namen, Sir? Ja. Das ist Greg. Du hörst den Alarm, Greg? Nein. Ich bin in Bett. All right. When did the shooting start? About five minutes ago. It's on the lower floors. I can't say which. Okay. The LSPD are in route. Are you safe where you are? The ward I'm on isn't locked down, but the shooting is below us so far. I can't get out of bed anyway. I've come in from the Coastal Grove Medical... 911. This call is being recorded. What is your emergency? We need the police at the Coastal Grove Medical Center. Can I take your name, please, ma'am? Kelly. Kelly Stanton. I'm a nurse here. Look, we need the police now. There are gunmen in the building. You said there are gunmen in the building? Yes. Are you safe? We're hiding in the operating room. Look, we've got a patient on the table. They're stable, but we can't leave them. Okay, I can see that the police are already in route, Kelly. Thank God. Can you see the gunmen? No, they're on this floor, but they haven't come this way. We've barricaded the door as best we can, but if they see us, there's not much we can do. I understand, Kelly. I'm going to need to ask you to stay calm for me. Can you do that? Yes. How many of you are hiding there? There's seven of us, eight, with our patient. Can you identify any of the gunmen? No. No, we haven't seen them. Look, working in the city, you recognize the sound of gunfire pretty quickly. We got the room locked down as quickly as we could. That's great, Kelly. If you all stay put, the LSPD is on the way. Identify yourselves when they arrive and listen to their instructions. Uh, okay, okay. Thank you. Stay safe, Kelly. Dann gehen wir mal rein in den Spaß. Wir haben schon wieder ein aktives Shooting laufen. Bedeutet, keine Zivilisten dürfen getötet werden. Das macht die Sache natürlich schwer. Und wir haben zusätzlich wieder Bomben. Das kennen wir ja schon von der Schule. Genau das gleiche Prozedere. Nur, dass das Level hier nochmal wesentlich größer ist. Wesentlich. Ach du Scheiße. Was hab ich denn jetzt gemacht? Was hab ich denn jetzt gemacht? Ich sag ja, die Radio Not Profis, sie packen sich ja am Kopf, wenn die das sehen. Aber es klappt ja. Wenn es klappt, dann klappt das, ne? Hat er den da hinten festgenommen? So schön alle festnehmen da, ne? Ich sag ja, meine Beine hat's aber wieder komplett erwischt. Okay, dann kommt mal mit. Zivilisten lassen wir da erstmal liegen. Wir müssen jetzt erstmal die Terroristen, äh, platt machen und auch die Bomben sichern. Wir haben so Glück, dass wir immer nur in die Beine geschossen werden, ne? Aber wir müssen noch... In Team 1 hier weiter. Ich entscheide nach den Starrele. IMAGEN. Ich schreibe. Ich schreibe. Ich schreibe. Ich schreibe. Ich glaube es ist jetzt aber sehr gut, muss ich sagen. Ach, ich mache das schon. Bringt ja eh nichts, wenn die das machen. Wir haben einen Suspekt in unserer Kastung. Was waren das jetzt hier alle? Ja, irgendeiner erlebt da noch. Da war nur einer am Schimpfen. So, ich habe die ja um mich herum positioniert. Weiß jetzt gar nicht, ob wir nachgeladen haben oder nur das Mac kontrolliert haben. Okay, nachladen müssen wir auf jeden Fall noch. So, kommen wir mal hier gerade rein. Die Zeit muss sein. Okay, sehr gut. Gott sei Dank hat er den Zivilisten nicht abgeknallt ey. Wir werden eine Vollkatastrophe geworden. Hm, sehr gut. Ja, hier muss man leider ziemlich schnell durchgehen. Es bringt leider nichts hier taktisch vorzugehen. Da muss sie einfach taktisch schnell vorgehen. Aber wir haben schon richtig viele festgenommen, ne? Alter, wie rot unsere Beine sind. Holy shit. Wo sind die denn jetzt? Da hinten. Da hinten. Da hinten. Move in and clear. Got it. Ich gehe! Da hinten. Nöches nicht. Das ist so schön. You got point. Don't you fucking move. What is he doing to you? Talk to Entry Team. Roger that. Trailer's incoming. Proceed with caution. Oh, direct festnehmen. Talk to Highground. Roger, Trailer's inbound. This is Talk. Copy that. Trailer's inbound. Oh, wait, wait. Cuffin, got it. Will erst, dass die hier hinkommen. So, zweite Bombe. Danach müssen wir noch weiter durchpushen. Great work. Keep going. Talk to Entry Team. Provide Support an me. Okay, Magazin ist leer. Was sagt'n das Tablet? Okay. Rumpen alle entschärft. Sollen die mal da durchgehen bitte? ... ... ... ... ... ... Und da sind sie ja gekommen, da kann keiner mehr sein. So, weiter geht's. Hat gerade geklingelt, musst du auf Pause drücken. Mit Stinga gehen wir rein. Ich höre auf jeden Fall noch was. So, weiter geht's. So, weiter geht's. So, weiter geht's. ... ... ... ... Stop! 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 Put your hands up! Lights stick out. You saved no one! Entrance team to top. Once that's unmean proof, target the... Talk to element. Copy that. Moving clear. Getting into place. Moving! Opening and erupt. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Sehr gut So wir müssen jetzt noch die anderen finden Gibt es hier noch eine Etage nach unten oder nach oben? Keine Ahnung ey Scheiß Stress ey Okay sehr gut On my six On your six Enter the room and clear Getting into play Clear So muss jetzt noch ein bisschen schneller gehen Nicht dass sie hier nur einen abknallen, da habe ich keinen Bock drauf Jetzt geht er ab Okay Ach das nur so ein kleiner Raum Für meine Ramme mit CS Gas machen wir mal Okay Picking it down Not yet Opening on the left Ach nur ein Zivilist Gehane, gehane Ah das waren alle Nice Haben wir geschafft Jetzt müssen wir nur noch Zivilisten suchen So ich bin jetzt durch das ganze Krankenhaus durchgeirrt Wir sind jetzt hier an dem Eingang Also wo wir gespawnt sind Da gehen wir jetzt nochmal gucken Da müssen, wenn dann noch welche übrig sein Ich habe jetzt alles abgegrast Weil es gibt ja auch noch einen anderen Spawm Und der ist riesengroß Und da können natürlich auch welche sein Hier ist, boah Das sind glaube ich zwei komplette Eingangshallen So groß ist der Hier ist zum Beispiel eine Wo ist der letzte Zivilist Das kann ja eigentlich nur noch hier irgendwo sein Ja da Ich bin vom Anfang Da ist auch einer Festnehmen Und den nehmen wir fest Sehr schön Wir können jetzt suchen und sichern Dann brauchen wir jetzt nur noch Waffen aufheben Und dann haben wir es geschafft Sehr schön Wunderbar Gib mir noch ein schönes S 19 Gegner Alter Das ist heftig Und 19 Waffen No officers dead Sehr schön Nice Kommen wir zur letzten Mission Port Hocan Versteckspiel heißt die Mission Dann schauen wir mal ins Briefing rein All right Seems that a group of local arms dealers have been stockpiling large quantities of modified weapons To be sent to cartels and smugglers to be sent to cartels and smugglers in Mexico fueling tensions along our border This group is using a series of Russian container ships to haul cargo all across the western seaboard We've located and traced cargo arriving in Vancouver and all the way down to Columbia This is a big operation We estimate over a million dollars worth of product every few weeks in exchange here It's been going on for quite some time It's been going on for quite some time Most if not all of the cargo is coming out of this singular point of exchange at the port of Los Suenos Now we're not entirely sure where the cargo is being held The port is a busy place It's running day and night There's a lot of fucking activity going on And it's about 7,500 acres of space However We've managed to isolate it down to three terminals Reservation Terminal A or Warehouse 1 area Terminal D and Terminal J LSPD will take Terminal A HRT will focus on Terminal D And ATF is on Terminal J THU will be on standby for aerial support But we want to keep this quiet until shit goes down So expect a 10 to 20 minute delay Best case if the weather holds We're looking at the worst time to launch this folks Antonio is making landfall tonight It's gonna get bad Now Rather than slow things down anymore Each of your individual leads has the exact details of what we're doing They'll brief you all individually as you head out I don't think there's a need for me to stress how important this mission is Gear up Report back to your element leaders in the garage in 5 minutes Verdächtige haben wir nur Marien Zivilisten Was ist das denn? Sieht aus wie ein Spinnenlogo Hehehehe Wie geil ist das denn? Was haben wir hier denn? Plan of Entry Ha? Unverfälschtes Foto Okay, machen wir nochmal Informantenbericht I was told you wanted to speak with me Yeah I got something you're gonna love But it's gonna cost you Well, you don't make those decisions I do Double No, 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 triple We're done here God dammit Sit down, will you? This is serious I've got something serious for you But I need to get out if I tell you Out? Out of the city, out of the state, hell even out of the country Set it on cowboy Tell me what you've got And then we'll talk I've always been fair in the past Yeah, you have But this is something different I'm sure you guys already know about some dodgy ass shit going on at the port We might Yeah, that's what I figured Well, I happen to know a guy who knows a guy who works down at the port He told us about the shit that's going on down there, the stuff that's coming through We're talking about a supply chain that runs from South America and up into Canada Everything on the west coast moves to Los Sueños Drugs? No, man, bigger Guns Big guns And lots of them They're coming in on these big, uh, Russian ships It's the biggest unkept secret on the docks Everybody knows what's going on, but they've all got the common sense not to say anything about it Interesting So what makes you so stupid to do it? I'm in trouble anyway, and I need out Like I said, I need out, out We'll see When's the next shipment coming in? That's just it They're always coming in Day or night, it's just a constant stream But tomorrow night, that's the mother lode They got everything coming down to work I'm talking about the biggest ship that they've ever had It would be a fucking gold mine for you Forgive me for not jumping with joy Something about this doesn't feel right Jesus, wet man, this is real The realest thing ever You've gotta trust me, I've never given you the wrong advice before I'll make some calls and ask around If this pans out, I'll be in touch Now, scram before someone recognizes you Yeah, it's me I've just worked on something that's going to interest your department Meet me at the usual coffeehouse in 15 Damit ab ins finale Talk to Element Ich glaube solche Container müssen wir finden You are clear to move and secure the premises Element, fall in behind me I've got you Nah Let's task, on lên There's a yep And we're here We're all right But we're in got there Red ry Sieht aus wie ein Täter, ne? Der hat so eine komische Maske auf. Hä, wo kam der denn jetzt her? Lol. Du bist doch da vorbeigelaufen, hä? Hier haben wir so einen Container. Schaut mal ganz auf hier die Kiste. Drogenversteck. Ach, mit Drogenversteck mussten wir auch noch finden, okay. Let's do it. Move in, clear the room. Affirmative. Ich muss ein bisschen vorsichtig hier vorgehen, weil... Das ist hier alles offen, Alter. Ne, jetzt brauchst du es auch nicht machen. Hast das ganze Spiel nicht gemacht, jetzt mach ich das schon alleine. We have a suspect in custody. Talk to entry team. Copy that. Trainers in coming. From a diamond pattern. Verk ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Noch ein Auto, ja moin Lass doch mal lieber wieder zurückgehen, ich hab keinen Bock über so weite Distanzen zu schießen, weil das macht keinen Sinn Weil wir haben ja nur diese Betäubungsgewehre Wenn wir die von da hinten aus abknallen, stehen die ja irgendwann auf und laufen weg Okay Sehr gut Jetzt nehmen wir die da schön einzeln raus Junge, was haben die denn um ihren Kopf da um? Das sieht ja so beknackt aus Haha Ja komm Ja Ja Ich bin der Fall. Wir sind in der Hand. Wir sind gut. Auf geht's. Halt, aufhören Sie die Hand. Er wird besser gehen. Geht. Geht. Aufhören Sie den Element. Aufhören Sie. Abonnieren Sie. Ich habe es. Ich habe es da. Ich habe es da. Läuft. Ich habe es da ganz gut. Ich habe es da. 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 Vorherher zu sprechen Geli.. Citra Management Elf Cres abundan smiles Hier, hier. You're under arrest. Do not need it. Out of the way. Let's go. Opening to the right. Opening to the left. Roger that. Trailer's incoming. Proceed with caution. I'll pick it up. Safe. Turn around. Keep your hand. Put your hands up. Hey, I thought you were going to stay with me. High ground to talk. Civilian is good to go. Compliant. Talk reporting. Roger, entry team. Great work. Keep going. I want you to place the weapon on the ground. All in. You got points. Evidence good to go. Look away and don't move. I'll finish. Entry team. Entry team to talk. You'll be good. Talk to entry team. Roger. Trailer's inbound. Okay. Noch einer, oder? Ja. So, den haben wir. Wo ist der? Alter, ist der hartnäckig. Problem ist jetzt aber, ich habe gar keine Muni mehr, Alter. Wollen wir vielleicht hier einmal durchlaufen, falls hier noch welche sind? Oh ja, da sind noch welche. So, geht da mal rein jetzt. Ich habe keine Muni mehr. Ich muss jetzt alle mitkommen, ich habe keine Muni mehr, ich bin komplett leer geballert. Da ist eine Tür auf. Ist hier irgendwas drin? Nö. Roll. Der ist rot, ne? Oder orange. Kann man da durchgucken? Schade. Das müsst ihr jetzt alles alleine machen, ich kann nicht mehr ballern. Muni leer. Ja. Ich glaube, die ist leer, oder? Ja. Können wir mal ein Magazin wechseln. Überall jetzt CS-Gas reinschmeißen. Ja. 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 Das ist gut. Ja. Ja. Was ist denn jetzt los? Ihr sollt da reingehen. Hallo. Oh Mann ey. Vielleicht noch ein Team reinschicken. Hä? Was ist das denn für ein Vogel? Der sieht ja lustig aus ey. Suchen und sichern. Was haben wir denn jetzt hier noch? Ach wir haben alles. Cool. Dann lassen wir die mal Waffen suchen. Dann sehen wir uns gleich beim Missionsergebnis wieder. Ich habe hier noch so einen Container gefunden. Können wir mal aufmachen. Ach du Scheiße. Vermisste Person. Okay, wir sollen sie wieder zumachen. Ja, kommen wir mal zu dem Ende von dem Ganzen. Ich muss wirklich sagen, mir hat das Spiel sehr, sehr gut gefallen. Ich wünsche mir auf jeden Fall einen Nachfolger. Wir haben jetzt hier auch alles freigeschaltet. Also wir können uns hier richtig austoben, was das angeht. Alle Helme frei. Schutzausrüstung, Gesichtsbedeckungen, Handschuhe und so weiter und so fort. Ich würde mir natürlich wünschen, dass das Spiel weiterhin mit Content versorgt wird. Vielleicht machen sie nochmal ein DLC. Vielleicht haben sie es deswegen jetzt auch released, dass sie nochmal extra Kohle brauchen. Wenn sie jetzt ein DLC oder neue Maps raushauen, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Was vielleicht noch ganz cool wäre, wenn man die Möglichkeit hätte, Tarnungen draufzupacken auf die Waffen. Das wäre vielleicht noch was, was ich feiern würde. Weil wir haben jetzt ja, dadurch, dass wir die Kampagne einmal durchgespielt haben und einmal alles auf S, haben wir halt nur die Standard-Tattoos bekommen. Sonst eigentlich nicht viel. So eine goldene Tarnung oder so wäre schon cool. Oder vielleicht wollen die das nicht haben wegen dem Realismus-Aspekt. Dann kann ich das auch ganz gut verstehen. Ja, wie fandet ihr das Game? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Schaut gerne auf den Kanal hier weiter vorbei. Wir haben hier ganz, ganz viele Let's Plays gemacht. Alles in bester Qualität. Dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.